Niccolo Machiavelli, der Fürst, aus dem Italienischen von August Wilhelm Rehberg. Das Buch vom Fürsten, Zuneigung an den großmächtigen Lorenzo, Sohn des Piero von Medici. Diejenigen, welche die Kunst eines Fürsten zu erwerben trachten, pflegen sich ihm mit dem zu nähern, was ihnen unter all dem, was sie besitzen, das Liebste ist, oder mit dem, was ihm am meisten zu gefallen scheint. Daher werden ihm so oft Pferde, Waffen, Teppiche, Edelsteine und anderer Zierrat überreicht, die seiner Größe würdig scheinen. Indem ich mich euch, großmächtiger Herr, mit einem Beweis meiner untertänigen Ergebenheit zu nahen wünsche, finde ich nichts in meinem Vorrat, was mir werter wäre oder das ich höher schätzte als die Kenntnis der Handlungen großer Männer, die ich mir durch lange Erfahrung der neueren Zeit und unablässiges Lesen der Alten erwarb. Diese habe ich mit großem Fleiß lange durchdacht und geprüft und jetzt in ein kleines Buch zusammengefasst, welches ich euch überreiche, großmächtiger Herr. Und obgleich ich einsehe, dass es nicht wert sei, vor euch gebracht zu werden, so hoffe ich doch von eurer freundlichen Gemütsart, es werde gut aufgenommen werden in Anbetracht dessen, dass ich kein größeres Geschenk zu geben vermag als dieses, welches in die Lage versetzt, in so kurzer Zeit alles einzusehen, was ich in vielen Jahren mit so vielen Gefahren und Mühseligkeiten erlernt und begriffen habe. Dieses Werk ist von mir weder ausgeschmückt noch mit vielem Wortgepränge oder anderer Schminke und äußerer Zierde aufgeputzt worden, wie viele andere ihre Werke zu schreiben und zu schmücken pflegen. Denn ich wollte, dass die Sache selbst sich ehre und die Wahrheit des Inhalts und der Ernst der Ausführung allein das Buch empfehle. Es werde mir aber nicht als eine Anmaßung ausgelegt, dass ich ein Mann von geringem Stand es wage, über die Handlungen der Großen zu urteilen und mich erdreiste, sie zurechtzuweisen. Denn so wie diejenigen, welche Landschaften aufnehmen, in die Ebene herabsteigen, um die Gestalt der Berge und Höhen zu betrachten und auf die Berge steigen, um die Täler zu beobachten, so erkennen zwar die Großen am besten die Natur des Volkes, um aber die Fürsten zu kennen, muss man aus dem Volke sein. Nehmt daher, großmächtiger Herr, dieses kleine Geschenk in der Gesinnung, mit welcher ich es überreiche. Ihr werdet darin einen brennenden Wunsch sehen, dass ihr zu der Größe gelangt, zu welcher euch die Glücksumstände und andere Eigenschaften bestimmt haben. Wenn eure Hoheit aber von eurem erhabenen Standpunkt auf die niederen Orte herabseht, in denen ich mich befinde, so werdet ihr erkennen, mit welchem Unrecht ich ein anhaltend widriges Schicksal ertragen muss. Verschiedene Arten der Herrschaft und Wege zu ihr zu gelangen Alle Staaten und Gewalten, welche Herrschaft über die Menschen gehabt haben und noch haben, sind Republiken oder Fürstentümer. Diese sind entweder ererbt, indem sie von dem Geschlecht des Herrschers schon lange regiert worden sind, oder sie sind neu errichtet. Die Neuen sind entweder von Grund aus neu, so wie die Herrschaft des Francesco Sforza zu Mailand, oder sie sind nur als Teile dem erblichen Staat dessen, der das Land erwirbt, hinzugefügt, wie zum Beispiel das Königreich Neapel dem König von Spanien gehört. Solche neu erworbenen Staaten sind entweder schon früher an die Herrschaft gewöhnt gewesen, oder die Freiheit ist in ihnen hergebracht. Sie werden erworben durch fremde Gewalt oder durch eigene Kräfte, durch Glück oder durch Tapferkeit. Von den erblichen Fürstentümern Von Republiken will ich nicht reden, weil ich dies bereits in einem anderen Werk ausführlich getan habe. Ich wende mich zur Alleinherrschaft und werde nach der oben angegebenen Ordnung erörtern, wie solche erworben und behauptet werden kann. Ich sage also, dass in den erblichen Fürstentümern, die an die Dynastie ihrer Herren gewöhnt sind, viel weniger Schwierigkeiten entstehen, sie zu halten und zu behaupten, als bei Neuen. Denn es kommt nur darauf an, die Verhältnisse, so wie sie unter den Vorfahren waren, nicht zu verändern und bei allen Vorfällen in die Gelegenheit zu sehen. Ein solcher Fürst wird sich also stets auf dem Thron erhalten, es sei denn, dass ganz ungewöhnliche und außerordentliche äußere Gewalt ihn desselben beraube. Und wird er der Herrschaft beraubt, so vermag er sie wiederzuerlangen, sobald dem, der sie ergriffen hat, etwas Widriges begegnet. Wir haben in Italien ein Beispiel an dem Herzog von Ferrara, der den Venezianern im Jahre 1484 und darauf Papst Julius II. durch nichts anderes Widerstand geleistet hat, als durch seine in langer Zeit festgegründete Herrschaft. Denn der angestammte Herrscher hat weniger Veranlassung und ist seltener in der Notwendigkeit, Härte zu zeigen. Er ist daher weitaus beliebter und es ist natürlich, dass die Seinigen ihm wohlwollen, wenn er sich nicht durch außerordentliche Last verhasst macht. In der Länge der Zeit einer fortgesetzten Herrschaft werden die Veranlassung der Neuerungen und die Erinnerung daran vergessen, wohingegen eine Neuerung immer durch sich selbst die Veranlassung zu anderen Nachfolgenden zurücklässt. Von vermischten Herrschaften Aber die neuen Herrschaften sind ganz anderen Schwierigkeiten unterworfen. Und zwar erstens, wenn nicht das ganze Reich neu ist, sondern nur ein Teil davon und es also ein vermischtes Reich genannt werden könnte, so entstehen gewaltsame Veränderungen aus einer natürlichen Schwierigkeit, welche allen neuen Herrschaften gemein ist und daher rührt, dass die Menschen gern ihren Herrn verändern, in der Hoffnung, dass es ihre Lage verbessern könne und hierauf die Waffen ergreifen. Darin aber irren sie, denn sie erfahren bald, dass es schlimmer wird. Und das liegt wieder in der Natur der Dinge, weil der neue Herr seine Untertanen mit Soldaten und auf manche andere Art niederzuhalten genötigt ist, bloß weil die Herrschaft neu ist. Du wirst also all diejenigen zu Feinden haben, die du durch die Eroberung selbst geschädigt hast, ohne diejenigen, durch deren Hilfe du Herr geworden bist, zu Freunden zu behalten, weil du sie nicht nach ihren Wünschen befriedigen kannst und auch keine kräftigen Heilmittel anwenden darfst, wegen der Dankbarkeit, die du ihnen schuldig bist. Denn auch der Mächtigste bedarf der Begünstigung von Einheimischen, um in das Land einzudringen. Aus dieser Ursache hat Ludwig XII. von Frankreich-Mailand so geschwind erobert und so geschwind wieder verloren. Das erste Mal war die eigene Kraft des vertriebenen Herzogs Ludovicius Sforza hinreichend, weil das Volk, das jenen eingeführt hatte und sich in seiner Hoffnung getäuscht fand, den Widerwillen gegen die neue Herrschaft nicht ertragen mochte. Es ist wahr, dass auf solche Weise zum zweiten Mal eroberte Länder nicht wieder so leicht verloren gehen, weil der Herr von der Rebellion Veranlassung nimmt, sich durch strenge Maßregeln zu sichern, Verbrecher zu strafen, Verdacht aufzuklären und an den schwachen Stellen Vorkehrungen zu treffen. Wenn es, um Mailand den Franzosen wieder zu entreißen, das erste Mal hinreichend war, dass Herzog Ludovicius an der Mailänder Grenze Romor anfing, so musste sich beim zweiten Mal die ganze Welt dagegen vereinigen, um die französischen Heere zu vernichten oder zu vertreiben. Die Ursachen sind oben angegeben. Dennoch verlor Frankreich das mailändische Gebiet zum zweiten Mal. Die allgemeinen Veranlassungen der ersten Begebenheit sind erzählt. Es bleibt also noch übrig, die Ursachen der zweiten zu betrachten und die Mittel anzugeben, wie man sich in solcher Lage besser behaupten kann, als der König von Frankreich es getan hat. Ich sage also, dass solche Provinzen, welche erobert und mit den alten Staaten des Eroberers verbunden werden, entweder zu demselben Land gehören und dieselbe Sprache reden oder dies nicht tun. In dem ersten Falle ist es sehr leicht, sie festzuhalten, vorzüglich, wenn sie nicht an Unabhängigkeit gewöhnt gewesen sind. Um sie mit Sicherheit zu beherrschen, ist es hinreichend, die Familie ihrer vorherigen Beherrscher auszurotten. Denn weil die Einwohner ihre alten Gewohnheiten und Verhältnisse beibehalten, auch übrigens gleiche Sitten mit ihren neuen Mituntertanen haben, so leben sie ruhig. Wie man es in der Bretagne, der Gascogne und der Normandie gesehen hat, welche schon lange mit Frankreich verbunden sind. Wenn gleich zwischen diesen Provinzen und dem übrigen Frankreich in der Sprache geringer Unterschied ist, so stimmen doch die Sitten überein und daher vertragen sie sich leicht miteinander. Wer solche Provinzen erobert hat und sie behalten will, muss auf zwei Dinge Rücksicht nehmen. Erstens, die Familie der vorherigen Regenten muss ausgelöscht werden. Zweitens, die alten Gesetze und Verfassungen darf er nicht verändern. So werden alte und neue Staaten baldmöglichst zu einem Ganzen zusammenschmelzen. Aber wenn Provinzen eines Landes erobert werden, das an Sprache, Sitten und Verfassung verschieden ist, so entstehen Schwierigkeiten und es gehört viel Glück und Bemühung dazu, sie zu behalten. Eines der kräftigsten Mittel ist, dass der Eroberer selbst sich dorthin begebe, um da selbst seinen Wohnsitz aufzuschlagen. Dadurch wird der Besitz gesichert und dauerhaft. So haben es die Türken mit dem Griechischen Reich gemacht, welches sie trotz aller übrigen angewandten Bemühungen nicht hätten behaupten können, wenn sie nicht die Residenz in Konstantinopel genommen hätten. Denn wenn der Regent sich selbst dort befindet, so sieht er alle Unordnungen in ihrer Entstehung und kann geschwind abhelfen. Ist er jedoch nicht an Ort und Stelle, so vernimmt er sie erst, wenn sie schon sehr angewachsen sind und keine Abhilfe mehr möglich ist. Außerdem wird das Land nicht von den Beamten des Regenten ausgeplündert. Es beruhigt die Einwohner, dass sie zu ihm selbst ihre Zuflucht nehmen können. Ist er gut, so wird er geliebt. Ist er es nicht, so wird er doch gefürchtet. Fremde, die den Staat angreifen möchten, haben mehr Rücksicht zu nehmen. Solange der Regent dort wohnt, ist es schwer, ihn dessen zu berauben. Das zweite vorzügliche Mittel ist, Kolonien an ein oder zwei Orten zu errichten, die Schlüsselstellen des Landes sind. Dies ist notwendig. Wer es unterlässt, muss dorthin wenigstens eine hinreichende Kriegsmacht entsenden. Die Kolonien kosten den Fürsten nicht viel. Er besetzt sie ohne großen Aufwand und fügt nur denjenigen einen Schaden zu, die von Haus und Hof vertrieben werden, um neuen Bewohnern Platz zu machen. Dies ist immer nur der kleinere Teil. Diese Geschädigten leben zerstreut und sind arm. Sie können selbst wenig Schaden anrichten. Und alle übrigen werden leicht beruhigt oder sie fürchten sich, dass es ihnen so ergehen könnte wie jenen, wenn sie sich rühren. Wohl zu merken ist, dass die Menschen entweder zur Ruhe geschmeichelt oder vernichtet werden müssen. Denn wegen geringer Bedrängnisse rächen sie sich. Wegen großer vermögen sie das nicht. Jede Verletzung muss also so zugefügt werden, dass keine Rache zu befürchten ist. Wird statt der Kolonien Besatzung gehalten, so kostet das so viel, dass die gesamten Einkünfte des neuen Staates dafür aufzuwenden sind. Die Eroberung schlägt also zum Schaden aus und verletzt weit mehr, weil sie den ganzen neuen Staat trifft. Jeder fühlt die Last der Einquartierung und jeder wird Feind. Diese Feinde aber bleiben, wenn sie geschlagen sind in ihren eigenen Wohnungen. Nach allen Seiten also ist diese Besatzung schädlich. Die Kolonien hingegen sind nützlich. Ferner muss der Herr einer solchen für sich bestehenden und abgesonderten Provinz sich zum Oberhaupt und Beschützer der schwächeren Nachbarn machen und die Mächtigen unter ihnen zu Schwächen suchen. Vor allen Dingen muss er aber verhindern, dass ein anderer Fremder, der so mächtig ist wie er selbst, hineindringt. Solche werden immer zu Unzufriedenen, aus Ehrgeiz oder aus Furcht hereingelassen. Man hat einst gesehen, dass die Römer durch die Aetolia nach Griechenland gelassen wurden. Ebenso wurden sie in alle Länder, in die sie eingedrungen sind, durch die Einwohner hereingerufen. Es geht damit folgendermaßen zu. Sobald ein Fremder in einem Land Fuß fasst, so hängen sich alle Mindermächtigen in demselben an ihn, aus Neid gegen denjenigen, der im Land selbst der Mächtigste war. Gegen jenem Mindermächtigen ist also nur wenig zu tun. Sie sind leicht gewonnen und machen gemeinschaftliche Sachen mit dem Neueingedrungenen. Dieser hat nur dafür zu sorgen, dass jene nicht mächtiger werden. Und er kann leicht diejenigen, welche das Haupt emporheben, niederdrücken und also selbst die Oberhand behalten. Wer diese Verhältnisse nicht gut zu regieren weiß, verliert seine Eroberung und hat unendliche Mühe und Verdruss, solange er sie behält. Die Römer führten ihre Sache in den eroberten Provinzen sehr gut, sandten Kolonien hin, unterstützten die Schwachen, ohne sie stark werden zu lassen, demütigten die Mächtigen und ließen mächtige Fremde zu keinem Ansehen aufkommen. Griechenland dient hinlänglich zum Beispiel. Sie hielten die Archäer und Ätholia aufrecht. Sie erniedrigten die Könige von Mazedonien, vertrieben den Antiochus. Achäer und Ätholia konnten trotz aller ihrer Verdienste um sie doch nicht die Erlaubnis erwirken, irgendeinen Staat mit sich zu verbinden. Durch alle Schmeicheleien des Philipp ließen sie sich nicht dazu verleiten, seine Feinde zu sein, ohne ihn niederzulassen. Antiochus konnte mit all seiner Macht nicht erreichen, dass sie ihm zugestanden hätten, in Griechenland festen Fuß zu fassen. Die Römer taten in diesen Fällen, was alle vorsichtigen Regenten tun müssen, welche nicht allein auf die gegenwärtigen, sondern auch auf die künftigen Unruhen achten und diesen begegnen. Was man von Ferne kommen sieht, dem ist leicht abzuhelfen. Wenn man aber wartet, bis das Übel da ist, so kommt die Arznei zu spät und es geht, wie die Ärzte von der Lungensucht sagen, dass sie am Anfang zwar leicht zu heilen, aber schwer zu erkennen ist. Wenn sie aber am Anfang verkannt werde, sei sie in der Folge zwar leicht zu erkennen, jedoch schwer zu heilen. Ebenso geht es dem Staat. Auch in ihm sind die Übel, die man von fern erkennt, das vermag aber nur der, welcher Verstand hat, leicht und geschwind geheilt. Hat man sie aber so weit anwachsen lassen, dass jeder sie erkennt, so ist kein Mittel mehr dagegen zu finden. Die Römer sahen also die Verlegenheiten, ehe sie entstanden, von Ferne und ließen sie nicht näher kommen, um einen Krieg für den Augenblick zu vermeiden. Denn sie wussten, dass man einem Krieg auf solche Weise nicht entgeht, sondern ihn nur zum Vorteil des Gegners aufschiebt. Sie beschlossen also, mit Philipp und Antiochus in Griechenland Krieg zu führen, um ihn nicht in Italien selbst bestehen zu müssen. Sie konnten ihn zu der Zeit wohl vermeiden, aber es gefiel ihnen nicht, was die Weisen unserer Zeit im Munde führen. Zeit gewonnen, alles gewonnen. Sie verließen sich vielmehr auf ihre Tapferkeit und Klugheit. Denn die Zeit treibt alles vor sich her, Gutes wie Schlimmes. Schlimmes fühlt sie aber auch ebenso leicht herbei wie Gutes. Jetzt wende ich mich Frankreich zu und will untersuchen, ob es eine ähnliche Politik verfolgt hat. Und zwar rede ich von Ludwig XII. und nicht von Karl VIII., weil jener sich länger in Italien gehalten hat und der Gang seiner Unternehmungen daher klarer vor Augen liegt. Wir werden also sehen, wie er das Gegenteil von allem getan hat, was geschehen muss, um in einem fremden Land Provinzen zu behaupten. Ludwig XII. wurde nach Italien gebracht durch den Ehrgeiz der Venezianer, welche dadurch die Hälfte von Mailand zu erwerben hofften. Ich will diese seine Unternehmungen nicht tadeln. Denn da er nun einmal in Italien Fuß fassen wollte und wegen des Betragens seines Vorfahren, Karl VIII., keine Freude in diesem Land hatte, so musste er wohl die Verbindungen knüpfen, die sich anboten. Und die Sache wäre auch gelungen, wenn er keinen anderweitigen Fehler gemacht hätte. Sobald der König die Lombardei erobert hatte, war der Ruf, den Karl verloren hatte, sofort wiedergewonnen. Genua fiel und die Florettiner traten auf seine Seite. Alles kam ihm entgegen. Der Marchese von Mantua, der Herzog von Ferrara, Bentivoglio, welcher Bologna innehatte, die Dame von Forli, die Herren von Faenza, von Pesaro, von Rimini, von Camerino, von Piombino, die Republiken Lucha, Pisa, Siena. Alle bewaben sie sich um seine Freundschaft. Und nun konnten die Venezianer schon einsehen, wie unüberlegt sie gehandelt hatten, als sie, um selbst zwei Städte zu erlangen, ihn zum Herrn über zwei Drittel von ganz Italien gemacht hatten. Jeder kann sehen, vielleicht es dem König gewesen wäre, sein Ansehen in Italien zu behaupten, wenn er die erwähnten Grundsätze befolgt und dem großen Haufen seiner Freunde durch seinen Schutz Sicherheit gewährt hätte. Die große Zahl derselben musste ihm wohl anhängen, denn sie waren insgesamt schwach und voller Furcht, teils vor dem heiligen Stuhl, teils vor den Venezianern. Mit ihrer Hilfe jedoch hätte er wieder alles, was noch groß und mächtig im Land war, im Zaum halten können. Kaum aber war er Herr von Mailand, so tat er das Gegenteil, indem er Papst Alexander VI. zur Herrschaft in der Provinz Romagna verhalf. Er bemerkte nicht, dass er durch diese Entscheidung sich selbst Freunde und Anhänger nahm und den Papst erhob, da er diesem zu seinem so kräftigen, geistigen Ansehen noch so große weltliche Macht gab. Dieser erste Fehler zog andere nach sich, so dass er am Ende selbst nach Italien kommen musste, um der Macht Alexanders Grenzen zu setzen und um zu verhindern, dass dieser die Herrschaft über die Toskana an sich brachte. Nicht genug, dass er den Papst auf seine eigenen Unkosten groß gemacht hatte. Aus Begierde, das Königreich Neapel zu erlangen, teilte er mit dem König von Spanien. Das Schicksal von Italien lag bis dahin ausschließlich in seinen Händen. Hiermit aber gab er sich selbst einen Genossen, an den alle, die mit ihm unzufrieden waren, sich wenden konnten. Statt in jenem Reich einen König zu lassen, der von ihm abhängig gewesen wäre, zog er einen hinein, der ihn selbst daraus vertreiben konnte. Sie ist in der Tat eine natürliche und gewöhnliche Sache, die Begierde zu erobern. Und die Menschen, die so etwas unternehmen, werden immer gelobt und nicht getadelt, weil sie es ausführen. Wenn sie das aber nicht vermögen und doch unternehmen, koste es, was es wolle. Darin liegt der Fehler und deswegen werden sie getadelt. Konnte Frankreich Neapel mit eigenen Kräften angreifen, so mochte es dies tun. Konnte es dies aber nicht, so hätte es das Land doch nicht teilen dürfen. Und wenn die Teilung der Lombardei mit den Venetianen zu billig war, wenn man dieser Maßregel den Eingang in Italien verdankte, so verdient jene zweite Teilung Tadel, weil sie nicht notwendig war. Ludwig beging also fünf Fehler. Er vernichtete die Mindermächtigen, er vermehrte die Macht eines Mächtigen, er rief einen sehr mächtigen Fremden herein, er selbst schlug seinen Wohnsitz nicht im Land auf und führte keine Kolonien ein. Zu seinen eigenen Lebzeiten hätten diese fünf Fehler ihm trotzdem nicht geschadet, wenn nicht der sechste hinzugekommen wäre, die Veneziane herunterzubringen. Hätte er den päpstlichen Stuhl nicht so mächtig gemacht und die Spanier nicht hereingerufen, so wäre es vernünftig und notwendig gewesen, die Veneziane zu erniedrigen. Aber nachdem in jenes erstere eingewilligt worden war, durfte das letztere nicht geschehen. Denn solange die Venezianer mächtig waren, hätten sie immer die anderen davon abgehalten, die Lombardei zu überfallen. Sie hätten darin nie unter anderer Bedingung eingewilligt, als dass das Land ihnen selbst überliefert würde. Die anderen hätten es aber nie den Franzosen nehmen mögen, um es den Venezianern zu geben, und beide zugleich zu bekriegen, hätte man nicht gewagt. Wendet man ein, König Ludwig habe dem Papst Alexander, Piromagna und Neapel den Spaniern zugestanden, um einen Krieg zu vermeiden, so antworte ich, man darf aus den Gründen, die oben bereits angegeben wurden, niemals ein übles Verhältnis einreißen lassen, um einen Krieg zu vermeiden. Denn er wird gar nicht vermieden, sondern nur zu deinem Nachteil aufgeschoben. Sollte man mir aber etwa das Wort entgegensetzen, das der König dem Papst gegeben hatte, dass ihm nämlich die Unternehmung auf die Romagna verstatten wolle, zum Lohn für die Einwilligung in Ludwigs Ehescheidung und für den erbetenen Kardinalshut des Erzbischofs von Rouen, so berufe ich mich auf das, was ich hiernächst über Treu und Glauben der Fürsten sagen werde und über die Art, wie sie Wort halten müssen. König Ludwig hat also die Lombardei verloren, weil er nichts von all dem beachtet hat, wodurch andere ihre Länder erobert und behalten haben. Und so ist es gar nicht verwunderlich, sondern vielmehr sehr begreiflich und natürlich. Ich sprach darüber zu Nantes mit dem Kardinal Erzbischof von Rouen als der Herzog von Valentino ist, wie Cesare Borgia, Sohn von Papst Alexander VI. gewöhnlich genannt zu werden pflegte, sich zum Herrn über die Romagna machte. Der Kardinal warf mir vor, die Italiener verständen sich nicht auf den Krieg. Ich erwiderte ihm aber, die Franzosen verständen sich nicht auf die Politik. Sonst würden sie den heiligen Stuhl nicht so mächtig werden lassen. Die Erfahrung hat es bewiesen. Frankreich hat den Papst und die Spanier in Italien groß gemacht und hat es selbst darüber verloren. Hieraus ist eine allgemeine Regel abzuleiten, die niemals oder nur selten trügt. Derjenige, der einen anderen groß macht, geht selbst zugrunde. Denn es kann von ihm nur durch zwei Dinge bewerkstelligt werden, durch kluge Bemühungen oder durch Gewalt. Und beides ist dem, der mächtig geworden ist, verdächtig. Warum das Reich des Darius nach dem Tod Alexanders nicht gegen seinen Nachfolger aufstand. Wenn man die Schwierigkeiten erwägt, welche es bedeutet, eine neuerrungene Herrschaft zu behaupten, so könnte man sich wundern, wie es zugegangen ist, dass das Ganze von Alexander dem Großen innerhalb weniger weniger jahre eroberte Asiatische Reich, welches er kurz vor seinem Tod in Besitz genommen hatte und von dem man deswegen hätte glauben sollen, dass es gegen dessen Nachfolger aufstehen werde, von diesen dennoch behauptet wurde, ohne irgendwelche anderen Schwierigkeiten als die, welche ihre eigenen Uneinigkeiten erzeugten. Ich antworte darauf, dass alle Herrschaften, von denen man Kunde hat, auf zweierlei Wege regiert worden sind, nämlich entweder durch einen Herrn, der sich nur solcher Diener bediente, die Vermöge der ihnen aus Gnaden verliehenen Gewalt bloß als Werkzeuge bei der Verwaltung mitwirkten, oder durch einen Herrn und kleine Fürsten, die ihre Stellen nicht der Gnade des Herrn, sondern ihrer eigenen Abkunft verdankten. Solche hohen Beamten haben eigene Länder und Untertanen, von denen sie als Herrn anerkannt werden und ihnen anhängen. Die Regenten, welche bloß mittels ihrer bestellten Beamten regieren, haben weit größeres Ansehen, weil es niemanden im ganzen Land gibt, der dieses Ansehen nicht anerkennt. Und wenn er einem anderen gehorcht, so tut er diesen nur, weil es sich um einen Stellvertreter und Diener des Oberherrn handelt. Solchen Personen aber sind die Untertanen nicht sonderlich zugetan. Beispiele für beide Arten von Regierungsformen geben die Türken und die Franzosen. Das ganze türkische Reich wird von einem Monarchen regiert. Die anderen sind seine Diener. Es ist in Bezirke aufgeteilt, die von einzelnen Personen verwaltet werden, welche der Sultan nach Willkür ein- und absetzt. Der König von Frankreich hingegen ist von einer großen Zahl von Fürstenhäusern umgeben, deren Herrschaft von ihren Untertanen anerkannt und geliebt wird. Diese Fürsten haben Vorrechte, die der König nicht ohne Gefahr antasten kann. Wer diese beiden Regierungsformen betrachtet, wird finden, dass es schwer ist, das türkische Reich zu erobern. Sobald es aber erobert wäre, würde es leicht sein, es zu behaupten. Die Schwierigkeiten der Eroberung sind folgende. Der Eroberer kann nicht durch inländische Fürsten hereingerufen werden und darf nicht auf die Unterstützung von Rebellen hoffen, und zwar aus oben angeführten Gründen. Da sie alle Knechte sind, so ist es schwer, sie zu bestechen, und wenn sie bestochen wären, so würde es wenig helfen, weil sie aus den angegebenen Ursachen nicht im Stande sind, das Volk mit in ihr Interesse zu ziehen. Wer also die Türken angreift, muss erwarten, sie einig zu finden und darf nur auf seine eigenen Kräfte rechnen, wenig auf die Uneinigkeit des Gegners. Wenn der Feind aber überwunden ist, so dass er keine Armee mehr aufzustellen vermag, so ist nichts mehr zu fürchten, außer der regierenden Familie. Ist diese unschädlich gemacht, hat kein Mensch mehr Ansehen genug im Volk, um mit Erfolg aufstehen zu können. So wie der Sieger vor dem Sieg auf niemanden hoffen konnte, so hat er nach dem selben niemand mehr zu fürchten. Das Gegenteil findet statt bei Reichen, die so regiert werden wie Frankreich, in die es leicht ist einzudringen, sobald man einen von den hohen Reichsbeamten immer Unzufriedene und Neuerungssüchtige finden. Diese vermögen es aus oben angeführten Ursachen, den Weg ins Land zu öffnen und den Sieg zu erleichtern. Danach aber gibt es unendliche Schwierigkeiten, sich darin festzusetzen. Sowohl mit denen, die Beistand geleistet haben, als auch mit den Überwundenen. Es ist als dann nicht genug, das regierende Haus auszulöschen. Denn die Reichsherren bleiben übrig, die sich zu Häuptern aufwerfen und das Land dem Eroberer bei erster Gelegenheit entreißen, wenn er sie weder vernichten noch zufriedenzustellen weiß. Wenn man nun erwägt, von welcher Beschaffenheit das Persische Reich war, so wird man viele Ähnlichkeiten mit dem heutigen Türkischen finden. Alexander brauchte also nur Schlachten zu gewinnen, und sobald Darius tot war, behielt der Sieger das Reich mit vollkommener Sicherheit. Auch seine Nachfolger hätten es in völliger Ruhe behalten können und es entstanden in dem weiten Lande keine anderen Unruhen als solche, die sie selbst durch ihre Uneinigkeiten erregten. Aber Länder, die eine Verfassung haben wie Frankreich, kann man nicht so ruhig besetzen. In Spanien, in Frankreich, in Griechenland entstanden unaufhörliche Empörungen gegen die Römer, und zwar wegen der vielen einheimischen Fürsten. Solange das Andenken an diese Werte blieb der Besitz ungewiss. Nachdem dieses aber erloschen war, erhielten sich die Römer durch ihre Macht und die Länge der Zeit in ruhigem Besitz. In der Folge, als die Römer unter sich selbst zerfielen, vermochte sogar jeder von ihnen einen Teil der Provinzen, nach Maßgabe des darin erlangten Ansehens in sein Interesse zu ziehen, weil sie ihre eigenen Fürsten ganz verloren hatten und keine andere Oberherrschaft anerkannten als die Römischer. Erwägt man dies alles, so wird sich niemand wundern, dass es Alexander so leicht wurde, Asien in Unterwürfigkeit zu halten, wohingegen andere, wie zum Beispiel Pyrrhus, so viele Schwierigkeiten dabei hatten, ihre Eroberungen zu behaupten. Der Grund liegt nicht so sehr in der Heldenkraft des Eroberers als in der verschiedenen Beschaffenheit der Eroberungen. Wie Städte oder Fürstentümer zu behandeln sind, die vor der Eroberung ihre eigene Verfassung hatten. Wenn Staaten, welche erobert worden sind, wie wir angenommen haben, es gewohnt waren, nach einigen Gesetzen und in Unabhängigkeit zu leben, so gibt es drei Wege, sie zu behandeln. Der erste ist, sie zugrunde zu richten. Der zweite, dass der Fürst seinen Wohnsitz da selbst aufschlage. Der dritte, sie unter ihren eigenen Gesetzen fortleben zu lassen, sich mit einer jährlichen Steuern zu begnügen und die Regierung einer Oligarchie zu übergeben, vermittelt es derer das Land in Unterwürfigkeit erhalten werde. Denn eine solche Regierung weiß wohl, dass sie sich nicht ohne Unterstützung ihres Schöpfers halten kann und muss alles tun, um ihm die Herrschaft zu sichern. Eine Stadt, die es gewohnt gewesen ist, frei zu leben, wird am leichtesten durch ihre eigenen Bürger im Gehorsam gehalten. Als Beispiele können hier die Spartaner und die Römer dienen. Die Spartaner hatten Athen und Theben inne, übergaben die Herrschaft derselben einigen wenigen und verloren ihre Eroberung trotzdem. Die Römer zerstörten Kapua, Katago und Numantia und behaupteten sich da selbst. Sie versuchten es, Griechenland zu beherrschen, wie die Spartaner es gemacht hatten, indem sie die Freiheit proklamierten und die einheimischen Gesetze bestehen ließen und es misslang, sodass sie gezwungen wurden, viele Städte im Land zu zerstören, um die Herrschaft in demselben zu behaupten. Denn es gibt in der Tat kein sichereres Mittel dazu, als zu zerstören. Und wer sich zum Herrn einer Stadt macht, die gewohnt gewesen ist, in Freiheit zu leben und sie nicht ganz auflöst, er mag nur darauf warten, selbst von ihr zugrunde gerichtet zu werden. Denn der Name der Freiheit dient immer als Vorwand für einen Aufstand und die alte Staatsverfassung wird weder über die Länge der Zeit noch über Wohltaten vergessen. Was man aber auch immer für Vorkehrungen treffen mag, so kommen, wenn die Einwohner nicht getrennt und zerstreut werden, immer der alte Name und die alte Verfassung wieder zum Vorschein, so wie in Pisa nach so langen Jahren, die es unter der Herrschaft von Florenz gestanden hatte. Sind aber Städte oder Länder es gewohnt gewesen, unter einem Fürsten zu leben, und dieser ist ihnen genommen worden und sein Geschlecht ausgelöscht, sind sie es also gewohnt, einen Fürsten zu haben, und haben doch keinen alten, so vertragen sie sich nicht darin, einen aus ihrer Mitte zu erheben. Freileben aber können sie gar nicht. Sie ergreifen also die Waffen nicht so leicht, ein Fürst bemächtigt sich ihrer ohne Mühe und behält sie auch leicht in Gehorsam. Die Republiken aber bergen mehr Hass und das Andenken an die verlorene Freiheit. Am sichersten ist es also, sie zu zerstören oder zur Residenz zu wählen. Von neuen Herrschaften, die durch eigene Waffen und Tapferkeit errungen werden. Niemand wundere sich, wenn ich bei allem, was ich von ganz neuen Herrschaften und von Regenten und Staaten überhaupt sagen werde, große Beispiele anführe. Denn da die Menschen fast immer in gebahnten Wegen gehen und in ihren Handlungen andere nachahmen, so muss bei allem Unvermögen denen gleichzukommen, die man nachahmt, ein Mann von Geist doch immer sich die edelsten Muster vorsetzen, damit er wenigstens, wenn seine Tugenden gleich das Ziel nicht erreichen, doch einigen Wohlgeruch von sich gebe. Er muss es machen, wie kluge Schützen, die erkennen, dass das Ziel zu weit entfernt und der Bogen zu schwach sei und deswegen die Richtung höher nehmen. Nicht um durch Anstrengung bis dahin zu gelangen, sondern um dadurch das Ziel wenigstens zu erreichen. Ich sage also, dass ein neuer Fürst mehr oder weniger Schwierigkeit findet, sich in der Herrschaft zu behaupten, je nachdem er mehr oder weniger Geistes Kräfte besitzt. Und da sowohl Tapferkeit als auch Glück einen Privatmann auf den Fürstenstuhl erhebt, so können auch die Schwierigkeiten in der Behauptung der neuen Würde auf beiderlei Art vermieden Oft hat der sich am längsten erhalten, der doch das wenigste Glück hatte. Es wird das Geschäft auch dadurch oft erleichtert, dass der gänzliche Mangel an anderen Besitzungen den Fürsten nötigt, in seinem neuen Gebiete zu wohnen. Aber um auf die zu kommen, welche durch Eigentapferkeit mehr als durch Glück auf einen Thron erhoben sind, so sage ich, dass Moses, Syrus, Romulus, Theseus und ähnliche die vorzüglichsten gewesen sind. Von Moses ist nicht viel zu sagen, weil er nur ausführte, was ihm von Gott aufgetragen war, und er also nur deswegen bewundert zu werden verdient, weil Gott ihn seine Aufträge würdigte. Wenn wir aber den Syrus und andere die neue Herrschaften gegründet haben, betrachten, so finden wir sie selbst wirklich bewundernswert. Auch sind sie wenig in ihrer Handlungsweise von Moses verschieden, dem göttliche Belehrung zustatten kam. Wenn man ihr Leben und ihre Handlungen untersucht, so finden wir, dass sie dem Glück wenig mehr als die Gelegenheit verdankten, das auszuführen, was sie sich ausgedacht hatten. Wenn die Gelegenheit gefehlt hätte, so wäre die Kraft ihres Geistes verhaucht. Hätte es aber an dieser gefehlt, so wäre die Gelegenheit vergeblich dagewesen. So musste Moses das israelitische Volk in ägyptischer Sklaverei finden, damit es bereit war, ihm zu folgen. Romulus musste ausgesetzt werden, um den Gedanken zu fassen, Rom zu gründen und König zu werden. Syrus musste die Perser mit der medinischen Herrschaft unzufrieden und die Meder durch den langen Frieden weichlich und weibisch finden. Theseus wiederum hätte seinen Geist nicht beweisen können, wenn er die Athener nicht zerstreut vorgefunden hätte. Diese Gelegenheiten haben jene großen Männer glücklich gemacht. Durch die Größe ihres Geistes aber erkannten sie die Gelegenheit und dadurch wurde ihr Vaterland glücklich und berühmt. Diejenigen welche durch ähnliche Kraft Fürsten werden haben Schwierigkeiten zu überwinden um die Herrschaft zu erlangen behaupten sie aber sehr leicht. Die Schwierigkeiten die sie zu überwinden haben entstehen zum Teil aus den neuen Einrichtungen die sie einzuführen genötigt sind um diese neue Verfassung und ihre eigene Sicherheit zu begründen. Dabei muss man erwägen dass es gar keine Sache von größerer Schwierigkeit und von zweifelhafterem Erfolg gibt als sich zum Haupt einer neuen Staatsverfassung aufzuwerfen denn alle die welche sich in der alten Ordnung der Dinge wohl befanden sind der neuen feindlich und diese hat nur laue Verteidiger an denen welche dabei zu gewinnen hoffen teils 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 der Furcht vor den Gegnern welche die Gesetze für sich haben teils weil die Menschen von der Natur aus misstrauisch sind und an eine neue Sache nicht glauben bis sie sie wirklich klar vor sich sehen Daher kommt es dass die jenigen die der neuen Ordnung feindlich gegenüberstehen sie bei jeder Gelegenheit teilweise angreifen die Freunde derselben sie aber mit solcher Lautheit verteidigen dass das Oberhaupt samt ihnen in Gefahr geraten kann Um hier ein richtiges Urteil zu fällen muss man genau untersuchen ob die Neuerer auf eigenen Füßen stehen oder von anderen abhängig sind ob sie mithin ihr Unternehmen mittels guter Worte oder durch Gewalt durchsetzen können im ersten Fall geht es ihnen stets schlecht und sie taugen zu nichts wenn sie aber auf eigenen Füßen stehen und sich durch eigene Kräfte mit Gewalt durchsetzen können so misslingt es selten daher haben alle bewaffneten Propheten den Sieg davon getragen die Unbewaffneten aber sind zugrunde gegangen denn zu jenen Ursachen kommt noch der Wankelmut des Volkes hinzu welches sich leicht etwas einreden lässt aber sehr schwer dabei festzuhalten ist und der Plan muss so angelegt sein dass wenn sie aufhören zu glauben man sie mit Gewalt dazu anhalten kann moses cyrus teseus und romulus hätten ihre anordnungen nicht lange aufrechterhalten können wenn sie nicht die Gewalt der Waffen hätten gebrauchen können so wie es zu unseren Zeiten dem fragirolamo savonarola gegangen ist der mitsamt seiner neuen Staatsverfassung zugrunde ging als das Volk aufhörte ihm zu glauben und er keine Mittel mehr hatte seine Jünger beim Glauben festzuhalten und die Ungläubigen zu überführen solche haben daher große Schwierigkeiten zu überwinden und müssen dies Abenteuer durch ihre eigene Tapferkeit bestehen sobald sie aber gesiegt haben hohes Ansehen zu erlangen beginnen und ihre Neider daneben aus dem Weg geschafft sind so bleiben sie mächtig sicher geehrt und glücklich so großen Beispielen will ich noch eins hinzufügen das zwar geringer ist aber doch damit verglichen werden kann und mir stellvertretend für alle ähnlichen Beispiele dienen soll die Sahiro von Syrakus er wurde von einem Privatmann zum Fürsten von Syrakus und das Glück hatte keinen weiteren Anteil daran als dass es die Gelegenheit herbeiführte denn die Syrakusane welche unterdrückt waren wählten ihn zu ihrem Anführer und in dieser Stelle erwarb er sich durch Verdienste die fürstliche Würde seine Eigenschaften waren so edel dass von ihm erzählt wird es habe ihm schon als Privatmann nichts zum Herrschen gefehlt außer der wirklichen Herrschaft selbst er löste die alte Armee auf und schuf eine neue gab seine alten Verbindungen auf und knüpfte neue an zahlreiche Freunde und Krieger hingen ihm an mit deren Hilfe er jede Verfassung einrichten konnte so hatte er zwar viel Mühe aufwenden müssen um zu erwerben aber nur wenig um das Erworbene zu behaupten von von die oben sind zu die jenigen welche für Geld oder durch die Gnade eines anderen Fürsten geworden sind zum Beispiel sind manche Griechen von Darius zu Fürsten in Ionien und am Helles Bond gemacht worden damit sie seine Sicherheit und sein Ansehen beförderten So auch sind viele Kaiser durch Bestechung der Soldaten zu ihrer Würde gelangt Diese hängen lediglich vom guten Willen und dem Schicksal derer ab welchen sie ihrer Erhebung verdanken Beides aber gehört zu den wandelbarsten Dingen auf Erden Sie verstehen sich nicht darauf und vermögen es auch nicht sich auf einer solchen Stelle zu erhalten denn wenn es nicht etwa ein Mann von großem Geist und Kraft ist so kann man nicht voraussetzen dass derjenige der immer im Privatstand gelebt hat zu befehlen wisse Sie vermögen es auch nicht weil sie keine Mannschaft haben die ihnen ergeben und treu wäre Ferner können plötzlich entstanden Herrschaften gleich wie alles was geschwind entsteht und wächst keine tiefen Wurzeln schlagen Mithin reißt der erste Sturm sie aus es sei denn dass derjenige den das Glück erhoben hat so viel Verstand und Talent hat das was ihm der Zufall in den Schoß geworfen hat zu bewahren und und die Unterlage nachzuholen die andere sich angeschafft haben ehe sie fürsten wurden von jeder der beiden angegebenen Arten dazu gelangen will ich je ein Beispiel aus der Geschichte unserer Tage anführen diese sind Francesco Sforza und Cesare Borgia der erste wurde durch große Tapferkeit und überlegte Anwendung der gehörigen Mittel Herzog von Mailand was er mit vieler Mühe erworben hatte war ihm durch die Umstände leicht zu bewahren der zweite Cesare Borgia insgeheim Herzog von Valentinois genannt gelangte zu seiner hohen Stelle durch den Glücksstern seines Vaters und verlor sie zugleich mit diesem trotzdem er alle möglichen Bemühungen anwandte und alles tat was ein kluger und mächtiger Mann zu tun hat um in dem Staat den er durch die Waffen und das Glück eines anderen erhalten hatte feste Wurzeln zu treiben denn wie schon gesagt wurde wenn ich damit angefangen hat Grund zu legen kann es allenfalls durch große Anstrengung nachholen allemal aber doch unter Gefahren für den Baumeister ebenso wie für das Gebäude bei der Betrachtung aller Fortschritte des Herzogs wird man finden wie viel er getan hat um seiner künftigen Größe festen Grund zu legen ich halte es nicht überflüssig dieses ausführlich darzutun weil ich einem neuen Fürsten keinen besseren Rat zu geben weiß als seinem Beispiele zu folgen und wenn seine Anstalten den Zweck dennoch verfehlten so lag die Schuld nicht bei ihm sondern bei einem ganz außerordentlichen und höchst widerwärtigen Schicksal Alexander der sechste fand große Schwierigkeiten in dem Plan seinen Sohn zu erheben und zwar sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft vor allem sah er keinen Weg ihm zu anderen Besitzungen zu verhelfen als zu solchen die im Kirchenstaat lagen er wusste aber wohl dass der Herzog von Mailand und die Venezianer das nicht gestatten würden weil Faenza und Rimini schon unter venezianischem Schutz standen außerdem sah er dass die italienischen Waffen besonders diejenigen deren es sich bedienen konnte denen anhingen welche die Größe des päpstlichen Stuhls fürchteten sie waren sämtlich dem Orsini und den Colonna ergeben und mithin war ihnen nicht zu trauen es war also notwendig diese Verhältnisse zu stören und in den Staaten von Italien alles aufzurühren um sich eines Teils derselben zu bemächtigen dies wurde ihm leicht weil die Venezianer aus anderen Umständen damit beschäftigt waren die Franzosen wieder in Italien herein zu ziehen Alexander widersetzte diesem also nicht sondern begünstigte es vielmehr durch die Einwilligung welche er zu der Ehescheidung König Ludwig des Zwölften erteilte dieser brach hierauf in Italien ein mit Zustimmung der Venezianer und des Papstes und kaum war er in Mailand so hatte Alexander auch schon wegen des großen Rufs der französischen Macht hinreichend starke Truppen um seine Unternehmung auf die Romagna zu beginnen als er diese Provinz erobert und die Partei der Kolonna geschlagen hatte und nunmehr diese Eroberung sichern und weitergehen wollte standen ihm zwei Dinge im Weg erstens die unzuverlässige Treue seiner Soldaten zweitens die Gesinnung des Königs von Frankreich er fürchtete dass die Truppen der Orsini denen er sich bedient hatte von ihm abfallen und nicht allein weitere Eroberungen verhindern sondern auch die Gemachten ihm wieder entreißen könnten vom König fürchtete er das Gleiche Mit den Orsini hatte er es ganz recht erraten wie sich bewies als er nach der Eroberung von Faenza Anstalt machte Bologna zu belagern und sie dabei so schlaff zu Werke gingen In Ansehung des Königs wurde die Sache klar als er nach der Besetzung des Herzogtums Urbino die Toskana angriff und der König ihn nötigte von dieser Unternehmung abzustehen hierauf beschloss der Herzog sich nicht weiter in Abhängigkeit von fremdem Glück und fremden Waffen zu setzen Er fing also damit an die Parteien der Orsini und Colonna in Rom zu schwächen indem er alle Edelleute die ihnen anhängen zu sich überzog durch Stellen Geld und Ehre welches alles er ihnen gab In wenigen Monaten war die Zuneigung zu ihren vorigen Anführern erloschen und hatte sich ganz dem Herzog zugewandt Hierauf wartete er auf eine Gelegenheit die Orsini zu vernichten so wie er schon die Colonna auseinander gesprengt hatte und das ging ihm noch besser von statten Die Orsini hatten sehr spät gemerkt dass die Größe des Herzogs und des päpstlichen Stuhls ihnen den Untergang bereitete und sie kamen darüber zu Magione im Perusinischen zusammen Hieraus entstanden die Rebellion von Urbino die Aufstände in der Romagna und unzählige Gefahren für den Herzog die er mithilfe der Franzosen überstand Als er aber dadurch wieder zu Ehren gelangt war und den Franzosen ebenso wenig traute wie anderen fremden Truppen und sie auch nicht auf die Probe stellen konnte so verlegte er sich darauf sie zu hintergehen und wusste sich wirklich so zu verstellen dass die Orsini sich mit ihm durch Vermittlung des Herrn Paolo Orsini versöhnten Er versäumte hierauf nichts um sie zu gewinnen beschenkte sie mit Kleidern Geld und Pferden wie sie sich einfältigerweise nach Sinigaglia in seine Hände locken ließen als er hier die Oberhäupter aus dem Weg geschafft und ihre Anhänger unterwürfig gemacht hatte so war ein guter Grund zur Herrschaft gelegt indem er die ganze Romagna und das Herzogtum Urbino in seine Botmäßigkeit gebracht hatte und die Völker anfingen sich darunter wohl einzurichten dieser Teil seines Betragens verdient besonders beachtet und nachgeahmt zu werden daher muss ich mich darüber etwas verbreiten nachdem der Herzog die Romagna unter sich gebracht hatte so fand er dass dieses Land ohnmächtigen Herren angehört hatte die ihre Untertanen mehr ausgeplündert als regiert und mehr Unordnung veranlasst als öffentliche Ordnung gehandhabt hatten sodass diese Provinzen voll von Straßenraub Parteiengängerei und aller Art von Gewalttätigkeit waren er fand es also nötig sie zu beruhigen und die Obrigkeit untertan zu machen zu diesem Ende gab er ihr den Ramiro do Orco zum Vorgesetzten einen entschlossenen und grausamen Mann ihm erteilte er volle Gewalt Derselbe erwarb sich großen Ruhm indem er das Land in kurzer Zeit zur Ruhe und Sicherheit brachte hierauf aber schien es dem Herzog dass eine so ausnehmende Gewalt nicht mehr gut angebracht sei weil sie verhasst werden könnte er ordnete also unter dem Vorsitz eines ganz vorzüglichen Mannes mitten im Land einen Gerichtshof an bei welchem jede Stadt ihren Vertreter hatte weil die vorige Stränge aber einigen Hass erzeugt hatte so suchte er diesen auszulöschen und das Volk vollends dadurch zu gewinnen dass er ihm beweise alle begangenen Grausamkeiten rührten nicht von ihm her sondern von der rauen Gemütsart seines Stellvertreters Er ergriff die erste Gelegenheit ihn eines Tages zu Sessena auf dem öffentlichen Markt in zwei Stücke zerrissen aufzustellen mit einem Stück Holz und einem blutigen Messer zur Seite durch diesen grässlichen Anblick erhielt das Volk einige Befriedigung und wurde einige Zeit lang in dumpfer Ruhe gehalten aber um wieder auf die Unternehmung des Herzogs zurückzukommen so fand sich derselbe mächtig genug und für den Augenblick gegen alle Gefahren gesichert der nach seiner Weise hinreichende Mannschaft angeworben und die Truppen derer die ihm in der Nähe gefährlich werden konnten vernichtet hatte um weitere Eroberungen versuchen zu können blieb nur die Rücksicht auf Frankreich übrig von woher jene allerdings schwerlich zuglassen werden konnten nachdem der König seinen Fehler wenn auch spät eingesehen hatte er begann also damit sich um neue Freundschaften zu bewerben und mit Frankreich ein zweideutiges Betragen anzunehmen als ein französisches Heer sich in Richtung des Königreichs Neapel gegen die Spanier zu bewegen anfing die Caeta belagerten Seine Absicht war es sich dieser Letzteren zu versichern und das wäre auch gelungen wenn nur Alexander der Sechste am Leben geblieben wäre so viel tat er in Rücksicht auf die Gegenwart in der Zukunft hatte er vornehmlich zu fürchten dass ein nachfolgender Papst ihm weniger gewogen sei und das nehmen könnte was Alexander ihm gegeben hatte Dagegen gedachte er sich durch vier Mittel zu versichern erstens durch die Auslöschung aller Geschlechter der ihrer Herrschaften beraubten Großen um den Päpsten die Veranlassung zu entziehen etwas gegen ihn zu unternehmen zweitens dadurch dass er alle Edelleute von Rom zu gewinnen trachtete um mittels derselben den Papst selbst im Zaum zu halten drittens indem er sich im Kardinals Kollegium so viele Freunde wie möglich machte und endlich viertens indem er sich vor dem Tod des Papstes eine so große Herrschaft zu erwerben suche dass er seinen ersten feindlichen Ansturm mit einigen Kräften hinlänglich widerstehen konnte von diesen vier Dingen hat er beim Tod Alexanders drei ganz und das letzte beinahe ausgeführt von den beraubten Herren hat er so viele töten lassen wie er erreichen konnte und nur sehr wenige waren entkommen die römischen Edelleute hatte er für sich gewonnen und im Kardinals Kollegium hatte er die meisten auf seiner Seite was aber die Eroberungen betrifft so hatte er es darauf angelegt die Toskana unter sich zu bringen Perugia und Iombino aber besaß er wirklich und Pisa hat er unter seinen Schutz genommen gleich als wenn er auf Frankreich gar keine Rücksicht mehr zu nehmen hätte und wirklich konnte er dessen überhoben sein nachdem die Spanier den Franzosen das Königreich Neapel abgenommen hatten und nunmehr beide Teile sich um seine Freundschaft bewerben mussten erklärte sich zum Herrn von Pisa worauf Lucia und Siena fallen mussten teils wegen der Eifersucht gegen Florenz teils aus Furcht Florenz selbst hatte keinen Ausweg wenn dies gelungen wäre und es musste in dem selben Jahr gelingen in welchem Alexander starb so hätte er sich einen solchen Namen und solche Kräfte erworben dass er für sich selbst hätte bestehen können ohne von dem Schicksal oder der Macht eines anderen abhängig zu sein sondern ganz allein von eigener Macht und Tapferkeit aber Papst Alexander starb fünf Jahre nachdem er das Schwert gezogen hatte er hinterließ seinen Sohn in folgender Lage allein in der Romagna war die Herrschaft gesichert mit allen übrigen hing er noch in der Luft und zwischen zwei sehr mächtigen feindlichen Heeren dazu war er tödlich krank der Herzog hatte solchen frechen Mut und solche Überlegenheit des Gemüts er er wußte so gut wie man Menschen für sich gewinnt und die Fundamente seiner Herrschaft die er in so kurzer Zeit gelegt hatte waren so fest gegründet dass er alle Schwierigkeiten überwunden hatte wenn er nur nicht jene beiden feindlichen Heere auf dem Halse gehabt hätte und gesund gewesen wäre dass sein Ansehen gut begründet war dafür dient zum Beweis dass man ihnen der Romagna über einen Monat lang ruhig erwartete dass er in Rom selbst halbtot sicher war und dass die Baglioni die Vitelli und die Orsini die nach Rom kamen sich keinen Anhang gegen ihn machen konnten er konnte zwar nicht den neuen Papst machen aber doch verhindern dass keiner Papst wurde den er nicht wollte wäre er beim Tod Alexanders vollends gesund gewesen so wäre ihm alles ein leichtes gewesen am selben Tag an dem Julius der zweite auf den päpstlichen Stuhl erhoben wurde sagte er mir er habe an alles gedacht was beim Tod seines Vaters vor sich gehen könnte und dass er gegen alles ein Mittel gefunden habe nur daran habe er nicht gedacht dass er zu gleicher Zeit nahe dem Tode sein könnte wenn ich nun alle Handlungen des Herzogs zusammen nehme so kann ich ihn nicht tadeln vielmehr muss ich ihn all denen als Muster aufstellen die durch Glück und fremde Macht zu einer Herrschaft gelangen bei 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 hohen geist und dem Ziel das er sich vor gesetzt hatte konnte er nicht anders handeln der frühe Tod seines Vaters und seine eigene tödliche Krankheit allein waren es die seine Pläne störten Wer es also in seiner neuen Fürstenwürde nötig findet sich gegen seine Feinde abzusichern sich Freunde zu erwerben zu siegen sei es durch Gewalt oder durch List sich beim Volk beliebt und gefürchtet zu machen sich Anhang und Ansehen unter den Soldaten zu verschaffen jene zu beseitigen die Schaden anrichten könnten oder es nach ihrer Lage müssen die alte Ordnung der Dinge auf eigene Weise zu erneuern streng und gnädig großmütig und freigebig zu sein untreue Kriegsheere aufzulösen und neue anzuwerben die Freundschaft von Königen und Fürsten zu erlangen sodass sie sich gern gefällig erweisen und sich davor hüten ihm zu schaden er wird kein lebendigeres Beispiel finden als die Handlungen dieses Mannes Der einzige Vorwurf den man ihm machen kann ist der bezüglich des Anteils den er an der Wahl Papst Julius II. nahm Denn wenngleich er wie oben gesagt worden ist keinen Papst nach seinem eigenen Sinn machen konnte so hätte er doch zu verhindern vermocht und hätte nie einwilligen dürfen dass einer von den Kardinällen erhoben würde die ihn beleidigt hatten oder die ihn sobald sie den päpstlichen fürchten mussten Denn die Menschen befeinden sich entweder aus Hass oder aus Furcht Diejenigen die ihn beleidigt hatten waren unter anderem die Kanäle von San Pietro Ad Vincula Colonna San Giorgio und Ascanio Alle anderen aber mussten ihn fürchten sobald sie Papst wurden allein den von Rouen und die Spanischen ausgenommen diese wegen Verwandtschaft und Verbindlichkeiten jener weil er dazu durch seine Verbindung mit dem König von Frankreich zu mächtig war Der Herzog musste also vor allen Dingen darauf dringen dass einer von den spanischen Kardinellen zum Papst gewählt wurde konnte er das nicht durchsetzen so musste er seine Zustimmung zum Kardinal von Rouen geben und nicht dem von San Piedro Ad Vincula Denn wer da glaubt dass bei den großen neue Wohltaten alte Beleidigungen vergessen machen der irrt sich Der Herzog beging mithin bei dieser Wahl einen Fehler welche Ursache seines eigenen Untergangs geworden ist Von denjenigen die durch Verbrechen zur Herrschaft gelangen Es gibt nur zwei weitere Wege aus dem Privatstand zur fürstlichen Würde zu gelangen ohne sie weder ganz dem Glück noch eigener Kraft und Tugend zu verdanken Ich will sie also hier erwähnen ob gleich von dem einen dort ausführlicher gehandelt werden mag wovon Republiken die Rede ist Diese beiden Wege sind folgende jemand gelangt auf verbrecherischen und verruchten Wegen zur Herrschaft oder der Bürger eines Freistaates wird durch die Gunst seiner Mitbürger für den Fürstenstuhl erhoben Ihr sollt zunächst von jenem ersten Wege die Rede sein Von diesem will ich zwei Beispiele anführen ein altes und ein neues ohne sie jedoch weiter in die Untersuchung zu nehmen weil sie nach meinem Urteil für denjenigen hinlänglich klar sind der sich in einer Lage befindet sie nachahmen zu müssen Agathocles der Sizilianer wurde nicht allein aus dem Stand eines Privatmanns sondern sogar aus der niedrigsten und verworfensten Lage heraus König von Syrakus Er war der Sohn eines Goldschmieds und führte durch alle Stufen seines Glücks ein verruchtes Leben Daneben besaß er aber solche Vorzüge des Geistes und des Körpers dass er vom Soldaten bis zum Prätor von Syrakus aufstieg Hier beschloss er Fürst zu werden und die Macht die ihm eingeräumt war mit Gewalt an sich zu halten ohne den guten Willen weiter etwas zu verdanken Er verabredete sich darüber mit Amilcar der mit einem katharischen Heer in Sizilien stand Eines Morgens rief er den Senat und das Volk von Syrakus zusammen und zwar unter dem Vorwand dass er sich über Angelegenheiten des Gemeinwesens zu beratschlagen hätte ließ aber auf ein Gegebenes Zeichen hin alle Ratsherren und die Reichsten aus dem Volke durch seine Soldaten ermorden Nachdem dieses vollbracht war ergriff er die Herrschaft und hielt sie an sich ohne dass irgendwelche inneren Bewegungen im Staat erfolgt wären Er wurde zweimal von den Karthagen geschlagen und zuletzt belagert blieb jedoch nicht nur im Stande die Stadt zu verteidigen sondern sogar mit einem Teil seiner Streitmacht den anderen er zurück ließ Afrika selbst anzugreifen dadurch Syrakus in kurzer Zeit zu befreien und die Karthager in die äußerste Bedrängnis zu bringen diese wurden dazu genötigt sich mit ihm zu vergleichen sich mit Afrika zu begnügen und ihm Sizilien zu lassen Wer seine Handlungen und seine Tapferkeit erwägt wird finden dass hier in der Tat wenig dem Glück zugeschrieben werden kann da er so wie oben gesagt worden ist nicht durch die Gunst eines anderen sondern vielmehr durch ein mit vielen Ungemach und Gefahren errungenes Aufsteigen im Heer zur fürstlichen Würde gelangte und diese mit so großer Entschlossenheit und Dreistigkeit in Gefahren behauptete Man kann es nicht Tugend nennen seine Mitbürger zu ermorden Freunde zu verraten ohne Treu und Glauben zu sein ohne menschliches Gefühl und ohne Religion So kann man zwar zur Herrschaft gelangen sich aber keinen Ruhm erwerben Wenn man nur die kriegerischen Tugenden erwägt die Agathokles bewies indem er sich in Gefahr begab und sie bestand den großen Sinn womit er das Unglück ertrug und bestand so ist nicht abzusehen worin ihn selbst die größten Feldherrn noch hätten übertreffen können Seine wilde Grausamkeit jedoch sein Mangel an menschlichem Gefühl und seine zahllosen Untaten erlauben es nicht ihn zu den vorzüglichsten Menschen zu zählen Man kann also weder dem Glück noch seiner Tugend zuschreiben was er ohne das eine oder das andere erlangt hat Zu unseren Zeiten ist unter der Regierung Papst Alexanders VI. der Olivia Rotto von Fermo der vor gar wenigen Jahren noch ganz klein gewesen war von einem Ohrheim mütterlicher Seite namens Giovanni Fogliani erzogen und in seinen ersten Jugendjahren zum Kriegsdienst unter Paolo Vitelli angehalten worden damit er durch diese Zucht zu einer angesehenen Kriegsstelle gelangen möchte Nach Paolos Tod diente er unter dessen Bruder Gitellozo und und als ein Mensch von lebhaftem Verstand von körperlichen und geistigen Vorzügen wurde er in kurzer Zeit einer der ersten in diesem Heer Da es ihm zu niedrig war unter anderen zu dienen so versuchte er mit Hilfe einiger Bürger von Fermo die lieber Knechte seien als ihr Vaterland freisehen wollten und mit der Unterstützung des Vitellozo die Stadt Fermo unter sich zu bringen und schrieb an Giovanno Fogliani dass er nach so vielen Jahren einmal nach Hause kommen und nach seinem Erbteil sehen wollte Weil er aber bis dahin nur nach Ehre gestrebt habe so wolle er damit seine Mitbürger sahen dass er seine Zeit nicht vergeblich verwandt habe auf eine anständige Art und in Begleitung von hundert Reitern seinen Freunden und Anhängern erscheinen Erbitte also die Einwohner von Fermo mögen dazu bewogen werden ihn recht anständig zu empfangen was ja auch ihm seinem Ohheim selbst der ihn erzogen hatte zur Ehre gereicht werde Giovanni versäumte nichts gegenüber seinem Neffen bereitete ihm einen ehrenvollen Empfang durch die Einwohner von Fermo und nahm ihn in seinem Haus auf oder Olivaretto nach einigen Tagen mit Zubereitungen zu einer Schandtat zugebracht wurden ein Gastmahl gab zu welchem er den Giovanni selbst und alle die in Fermo mit hohem Ansehen standen einloht nachdem die Mahlzeit und alles was sonst bei solchen Festen vorzugehen pflegt beendet war fing Olivaretto absichtlich ernsthafte Gespräche an redete von Papst Alexander und dessen Sohn Cäsare und von deren Unternehmungen Da Giovanni und andere sich hierauf einließen stand er plötzlich auf sagte dies seien Sachen die an einem geheimeren Ort abgehandelt werden müssten und zog sich in eine Kammer zurück wohin ihm Giovanni und andere Bürger folgten kaum kaum hatten sie sich gesetzt so brachen aus verborgenen Orten Soldaten hervor die den Giovanni und alle anderen umbrachten nach dieser Mordtat stieg Olivaretto auf sein Pferd eilte durch die Stadt und schloss die Magistrats Personen im Ratshaus ein diese wurden durch Furcht dazu bewegt sich ihm zu unterwerfen und ihn an die Spitze des Staates zu stellen da nun alle deren übler Wille ihm hätte schaden können getötet waren so befestigte er seine Herrschaft durch neue Anordnungen bürgerliche und militärische so dass er während des Jahres da er die Herrschaft behielt nicht allein infermosicher sondern auch all seinen Nachbarn furchtbar war es wäre schwer gewesen ihn zu überwältigen ebenso schwer wie bei Agathocles wenn er sich nicht mit den Orsini und Vitelli von Cesare Borgia zu Zinigagli wie oben bereits erwähnt wurde ins Garn hätte locken lassen oder mitsamt dem Vitellozo seinem Lehrmeister in Heldentugenden und Schandtaten erdrosselt wurde man könnte die Frage aufwerfen wie es zuging dass Agathocles und manche andere nach so vielen Verrätereien und Grausamkeiten lange in ihrer Vaterstadt sicher lebten und sich gegen auswärtige Feinde wehren konnten und dass sie auch keine Verschwörungen ihrer Mitbürger ausgesetzt gewesen sind wohingegen andere wegen ihrer Grausamkeit sich nicht einmal im Frieden geschweige denn in den so gefährlichen Zeiten des Krieges auf ihrer Stelle behaupten konnten Ich glaube dass dieses von der rechten oder schlechten Anwendung der Grausamkeit herrührt Eine wohl angebrachte Grausamkeit wenn es erlaubt ist diesen Ausdruck zu gebrauchen ist diejenige welche ein einziges Mal zu eigener Sicherheit ausgeübt wird und darüber hinaus so viel wie möglich den Untertanen zum Vorteil gereicht Schlecht angebrachte Grausamkeit ist diejenige die klein anfängt und mit der Zeit eher ab als zunimmt Diejenigen welche den ersten Weg einschlagen können wenn Gott will mit Hilfe anderer Menschen so wie Agathocles ihre üble Lage verbessern Die anderen können sich gar nicht halten Es ist also wohl zu merken dass derjenige welche sich der Herrschaft in einem Staat bemächtigen will alle Grausamkeiten mit einem Mal vollführen muss um nicht alle Tage wieder anzufangen und dass gut daran tue die Freundschaft der Menschen zu erwerben indem er von seiner Macht ihnen weh zu tun keinen Gebrauch macht Wer anders handelt sei es aus Furcht oder aus Mangel an gutem Rat muss das Schwert beständig in der Hand halten und kann sich nie auf seine Untertanen verlassen weil diese wegen der unaufhörlich erneuerten Grausamkeit kein Zutrauen zu ihm fassen können alle Verletzungen anderer müssen auf einmal geschehen damit sie weniger überdacht und besprochen und weniger tief gefühlt werden Wohltaten aber müssen nach und nach erzeigt werden damit man sich unaufhörlich damit beschäftigte vor allen Dingen aber muss ein Fürst sich einen Plan vorzeichnen der gut genug durchdacht ist damit es sich weder durch günstige noch durch schlimme Zufälle dazu bewegen lassen muss davon abzugehen denn wenn schlimme Zeiten eintreten so ist es nicht der Augenblick zu harten Verfügungen und von Wohltätigen hat man keinen Dank weil sie erzwungen scheinen vom Volk übertragene Herrschaft ich komme nun zu dem zweiten Fall wenn nämlich einer aus dem Volk nicht durch Verbrechen und Schandtaten sondern durch die Gunst seiner Mitbürger Fürst in seinem Vaterland wird dieses Fürstentum von ganz eigener Art könnte man allenfalls ein bürgerliches nennen er wird nicht bloß durch Talente oder Glück sondern vielmehr nur durch eine glückliche und schlaue Geschicklichkeit erworben man gelangt dazu mittels einer Begünstigung entweder des Volkes oder der Großen in ihm denn in jedem Staat gibt es zwei verschiedene Gemütsbewegungen die daher rühren dass das Volk die Herrschaft und Unterdrückung durch die Großen nicht ertragen mag die Großen aber das Volk zu beherrschen und zu unterdrücken trachten aus dem Streit dieser verschiedenen Bestrebungen entsteht entweder eine Alleinherrschaft oder die Freiheit oder die unbeständige Gesetzlosigkeit die Herrschaft wird entweder vom Volk oder von den Großen herbeigeführt nachdem der eine oder andere Teil dazu Veranlassung erhält denn wenn die Großen sehen dass sie dem Volk nicht widerstehen können so suchen sie einem unter sich einen großen Namen zu machen und erheben ihn zum Fürsten um unter dem Schutz seines Ansehens ihre eigenen Begierden zu befriedigen ebenso macht das Volk wenn es sieht dass es den Großen nicht widerstehen kann einen vorzüglich Angesehenen zum Fürsten um von ihm geschützt zu werden wer durch Hilfe des Großen Fürst wird erhält sich schwerer als derjenige den das Volk dazu gemacht hat denn er findet sich umgeben von vielen die sich ihm gleich dünken und der nicht nach seinem Sinn zu behandeln und zu befehligen vermag aber derjenige welche durch die Gunst des Volkes Fürst wird steht ganz allein so hoch und ist mit wenigen Ausnahmen von lauter Leuten umgeben die ihm zu gehorchen bereit sind außerdem kann man die Großen nicht befriedigen ohne anderen Unrecht zuzufügen wohl aber das Volk denn die Wünsche desselben sind viel billiger als die Wünsche der Großen diese wollen unterdrücken jenes aber ist zufrieden wenn es nur nicht unterdrückt wird hierzu kommt noch dass der Fürst sich eines feindselig gesinnten Volkes gar nicht versichern kann weil dessen zu viele sind wohl aber derer die nur wenige sind das Schlimmste was derjenige zu fürchten hat dem das Volk abgeneigt ist besteht darin von ihm verlassen zu werden aber wem die Großen Feind sind der läuft Gefahr dass sie ihn nicht nur verlassen sondern sich selbst gegen ihn erheben weil sie mehr Einsicht und mehr Schlauheit haben schon im Voraus auf ihre Sicherheit bedacht sind und sich bei demjenigen beliebt zu machen suchen von dem sie glauben er werde den Sieg davontragen der Fürst ist außerdem dazu genötigt beständig mit dem gleichen Volke verbunden zu bleiben hingegen kann er gut ohne die stets gleichen Großen auskommen weil er sie ganz nach Gefallen erheben und Erniedrigen ihnen Ansehen geben und nehmen kann um dieses noch ins hellere Licht zu setzen sage ich dass es zwei Arten gibt die Großen zu behandeln sie betragen sich nämlich auf solche Weise dass sie sich entweder ganz an dich hängen oder nicht gut diejenigen 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 welche sich dir verpflichten und nicht habsüchtig sind müssen in Ehren gehalten werden und verdienen große Zuneigung diejenigen hingegen welche sich dir nicht verpflichten wollen müssen wieder auf zwei verschiedene Arten betrachtet werden entweder sie tun dies aus Feigheit oder einem natürlichen Mangel an Mut solcher muss man sich bedienen besonders wenn sie Verstand haben denn solange es gut geht wird man von ihnen geehrt und im Unglück hat man sie nicht zu fürchten wenn sie sich aber aus ehrgeizigen Absichten nicht verpflichten wollen beweisen sie damit dass sie mehr an sich selbst als an dich denken vor diesen muss sich der Fürst hüten und sie als heimliche Feinde behandeln denn sie sind wirklich immer bereit im Unglück zuzutreten und ihn mit zu stürzen wer durch das Volk Fürst wird muss das Volk zum Freund zu behalten suchen dieses leicht da es zufrieden ist wenn es nur nicht unterdrückt wird wer aber gegen den Willen des Volkes durch den Beistand der großen Fürst wird muss vor allen Dingen das Volk zu gewinnen suchen was ja sehr leicht ist wenn er es nur in Schutz nimmt und da die Menschen einem Wohltäter von dem sie Übles erwarteten umso dankbarer werden so wird das Volk ihm noch mehr untertan als wenn es ihn selbst erhoben hätte die Mittel und Wege durch die der Fürst das Volk gewinnen kann sind mannigfaltig und richten sich ganz nach den Umständen weshalb ich sich vollständig übergehe ich ziehe indessen den allgemeinen Schluss dass man suchen muss das Volk auf seine Seite zu ziehen weil sonst dem Unglück kein Rettungsmittel ist Nabis der Fürst der Spartaner hielt eine Belagerung von allen Griechen aus und von einem siegreichen römischen Heer er verteidigte sich und seinen Staat dagegen und dazu war es hinreichend sich einiger weniger Personen zu versichern wäre das Volk ihm Feind gewesen so hätte jenes nicht hingereicht man setze mir auch nicht das bekannte Sprichwort entgegen dass wer sich auf das Volk verlässt auf den Sand baue denn dieses ist nur dann war wenn ein Bürger etwa die Hilfe des Volkes gegen die angebliche Unterdrückung seiner Feinde oder die Obrigkeit anruft in diesem Fall kann er sich gar leicht mit falscher Hoffnung täuschen so wie es dem Gracchus zu Rom und zu Florenz dem Giorgio Scali ging ein Fürst aber der zu Befehlen versteht und Herz hat darf nur im Unglück nicht weichen sondern fahre damit fort Vorkehrungen zu treffen halte dreist auf seine Anordnungen und suche das Volk zu beleben er wird sich seiner Erwartung von ihm nicht betrogen fühlen solche Herrschaften geraten in Gefahr wenn sie aus einer eingeschränkten Verfassung zur freien Allgemeinherrschaft aufzusteigen suchen denn diese Fürsten führen ihre Sache selbst oder durch Magistrats Personen im Letzteren Falle ist ihre Macht unsicher und schwach weil sie von denen welche die obrigkeit lichen Stellen verwalten gar sehr abhängen diese können besonders im Unglück leicht das Oberhaupt umwerfen indem sie sich ihm widersetzen oder auch nur den Gehorsam verweigern der Fürst aber darf in den gefährlichen Augenblicken nicht daran denken die unbestimmte Herrschaft an sich zu reißen weil die Bürger und Untertanen welche gewohnt sind den obrigkeit lichen Personen zu gehorchen ihm keine Folge leisten und es ihm schwer werden wird Personen zu finden denen er trauen kann diese Fürsten können sich gar nicht auf das verlassen was sie in ruhigen Zeiten sehen da die Bürger der öffentlichen Ordnung bedürfen denn da läuft ihm jeder zu verspricht alles und will für ihn das Leben lassen solange der Tod entfernt ist in unglücklichen Zeiten aber wo der Staat Bürger nötig hat finden sich wenige ein solches Experiment ist umso gefährlicher als man es nur ein einziges Mal machen kann ein kluger Fürst muss daher auf Mittelsinnen zu bewirken dass seine Untertanen seiner Kraft beständig und zu allen Zeiten und unter allen Umständen bedürfen dann werden sie ihm treu bleiben Wie die Kräfte der Fürstentümer zu schätzen sind Bei der Betrachtung der Beschaffenheit aller dieser Herrschaften kommt es noch darauf an ob ein Fürst so viel vermag dass er sich selbst im Fall der Not verteidigen kann oder ob er dazu fremder Hilfe bedarf Um dies deutlicher zu machen sage ich dass die jenigen ihre Herrschaften selbst zu behaupten Vermögen welche Menschen oder Geld genug besitzen um eine zureichende Armee aufzustellen und demjenigen der sie angreift eine Schlacht zu liefern da hingegen bedürfen diejenigen allezeit fremder Hilfe welche nicht gegen den Feind in das Feld rücken können sondern dazu genötigt sind sich hinter ihre Mauern zurück zu ziehen um nur diese zu verteidigen vom ersten dieser Fälle ist bereits oben geredet worden und wird in der Folge noch mehr eres vorkommen im zweiten Fall kann man dem Fürsten nichts anderes raten als seine Stadt zu befestigen und das Land preiszugeben wer seine Stadt gut befestigt und sich gegen Nachbarn und eigene Untertanen so betragen hat wie hier oben angeraten ist und ich ferner anraten werde der wird auch nicht leichtsinnig angegriffen werden weil niemand unternimmt die Schwierigkeiten mit sich bringen und es so leicht nicht ist jemanden anzugreifen der gut befestigt ist und seine eigenen Untertanen zu Freunden hat die deutschen Städte haben große Freiheiten wenig Territorium gehorchen dem Kaiser so viel sie Lust haben und fürchten weder dieses noch irgendeines anderen benachbarten macht weil sie auf solche Art befestigt sind dass jeder wohl fühlen muss wie schwierig und langweiliges ist sie zu erobern sie haben nämlich Wall und Graben Geschütze in ausreichender Menge Lebensmittel und Holz zur Feuerung auf ein Jahr in Vorrat außerdem haben sie Vorkehrungen getroffen um das Volk ohne Nachteil für das Gemeinwesen auf ein Jahr in dem Gewerbe wovon die kleinen Bürger leben beschäftigen zu können um ihm seinen Unterhalt zu verschaffen auch halten sie die Kriegsübungen in Ehren und haben dazu mancherlei Anordnungen der Fürst der eine Festung besitzt und bei seinem Volk nicht verhasst ist kann nicht angegriffen werden und würde er es so müsste der Feind mit Schanden abziehen denn die Zufälle sind in dieser Welt so mannigfaltig dass es beinahe unmöglich ist ein ganzes Jahr das Feld zu halten um ihn zu belagern und wenn man etwa antwortete dass das Volk welches seine Besitzungen draußen hat und selbiger Verheeren sieht es überdrüssig werden und seinen Fürsten verleugnen wird so antworte ich dass ein mächtiger und entschlossener Fürst diese Schwierigkeiten stets überwinden wird indem er bei seinen Untertanen bald die Hoffnung erregt es werde nicht mehr lange wehren bald Furcht vor der Grausamkeit des Feindes einflößt endlich auch sich auf eine geschickte Art derer versichert welche ihm zu dreist scheinen außerdem ist der Feind genötigt damit anzufangen das Land mit Feuer und Schwert zu verheeren während die Bürger noch guten Mutes sind und Lust zur Verteidigung haben der Fürst braucht daher umso weniger Befürchtungen zu hegen denn wenn die Gemüter sich abkühlen so ist der Schaden schon geschehen es ist vergeblich darüber zu klagen und die Menschen werden sich desto enger mit dem Fürsten vereinigen für den sie ihr Hab und Gut preis gegeben haben wofür er ihnen Dank schuldig ist der menschlichen Natur ist es gemäß sich durch das Gute was man anderen erzeigt ebenso sehr zu verbinden wie durch das was man empfängt wenn man dieses alles erwägt so wird man finden dass es einem Fürsten nicht schwer ist die Gemüter seiner Untertanen bei einer Belagerung festzuhalten wenn es nur Lebens und Verteidigungsmittel genug hat von den geistlichen Fürstentümern es bleibt nur noch übrig von geistlichen Herrschaften zu reden bei welchen alle Schwierigkeiten nur vorhanden sind bis man zum Besitz gelangt ist denn sie werden durch ausgezeichnete Kraft oder durch Glück erworben erhalten aber werden sie ohne das eine und ohne das andere denn sie beruhen auf den alten heiligen Einrichtungen der Religion welche mächtig genug sind ihre Häupter in ihren Stellen zu sie mögen sich aufführen wie sie wollen diese allein haben eine hohe Stelle und brauchen sie nicht zu verteidigen sie haben untertanen und regieren sie nicht ihre Staaten werden nicht verteidigt und ihnen doch nicht genommen ihre untertanen bekümmern sich nicht darum dass sie nicht regiert werden und denken nicht daran sich zu entziehen können es auch nicht diese Fürsten also sind allein sicher und glücklich aber da dieses von höheren Ursachen abhängt an die der menschliche Verstand nicht reicht so will ich nicht davon reden Gott schützt sie es wäre vorwitzig und dreist wenn der Mensch darüber urteilen wollte wenn mich aber jemand befragte wie es sich zugetragen habe dass die Kirche zu solchen weltlichen Staaten gelangt sei und dass nachdem bis auf Alexander den sechsten jeder ich sage nicht mächtige italienische Fürst sondern jeder Baron und Freiherr sich im weltlichen nichts daraus machte gegenwärtig der König von Frankreich davor zittert und von ihr aus Italien vertrieben wurde so wie Venedig daneben zugrunde gerichtet hat so will ich darüber folgendes obwohl schon genugsam bekannt in das Gedächtnis zurückrufen bevor Karl der achte nach Italien kam war dieses Land unter dem Papst Venedig dem König von Napoli dem Herzog von Mailand und den Florentinen aufgeteilt diese Mächte hatten ihr Augenmerk auf zwei Dinge zu richten erstens darauf dass keine fremde Macht mit den Waffen eindrang zweitens darauf dass keine unter ihnen selbst die Oberhand gewann diejenigen welche dazu die meisten Anstalten machten waren der Papst und Venedig um den letzteren Staat klein zu halten mussten sich alle übrigen vereinigen so wie sie es auch wirklich taten um Ferrara zu verteidigen um den Papst zurückzuhalten bediente man sich der römischen Barone welche in zwei Faktionen geteilt waren die Orsini und die Kolonna unaufhörliche Uneinigkeiten unter diesen veranlassten sie stets dazu unter den Augen des Papstes in den Waffen zu sein und dies hielt den heiligen Stuhl klein und schwach und wenn gleich dann und wann ein Mann von Geist den päpstlichen Stuhl bestieg so wie Sixtus der vierte so konnten doch weder das Glück noch der Verstand von diesen Verhältnissen befreien die Kürze ihrer Regierung war eine Ursache denn in zehn Jahren so lange dauerte eine päpstliche Regierung im Durchschnitt konnte kaum eine der beiden Parteien herunter gebracht werden und wenn zum Beispiel der eine die Colonna und ihre Anhänger gedemütigt hatte so folgte ein anderer der den Orsini Feind war und hob jene die in der kurzen Zeit nicht ganz vernichtet werden konnten wieder empor daher kam es dass die weltliche Macht des Papstes in Italien so wenig geachtet wurde es stand inzwischen Alexander der sechste auf und bewies besser als irgendein anderer es jemals getan hatte wie viel ein Papst mit Geld und mit seinen Kräften ausrichten kann er bewerkstelligte mittels seines Sohnes des Herzogs von Valentinuis und bei Gelegenheit des Einmarsches französischer Heere alles dazu was ich oben als ich von der Handlungsweise des Herzogs sprach auseinander gesetzt habe seine Absicht ging nicht dahin den heiligen Stuhl groß zu machen sondern nur sich selbst durch die Wendung die die Sache nahm gewann aber der Stuhl welcher nach seinem Tod die Früchte aller Arbeiten des Herzogs erbte auf ihn folgte Julius der zweite welcher den Stuhl schon groß und mächtig fand da er die Romagna besaß und daneben alle römischen Barone durch Alexanders Bemühungen zerschlagen waren daneben besaß er vielerlei Mittel um Geld hatte Julius trat in dessen Fußstapfen suchte Bologna zu erwerben Venedig herunter zu bringen und die Franzosen aus Italien zu vertreiben dieses gelang ihm alles zusammen und es gereicht ihm zu umso größerer Ehre da er es nicht zu eigenem Privatvorteil sondern zugunsten des heiligen Stuhls unternahm die Parteien Colonna und Orsini erhielt er in dem Zustand worin er sie fand obwohl einige Ursache zur Uneinigkeit zwischen ihnen vorhanden war mussten sie doch ruhig bleiben erstens weil ihnen die Größe des päpstlichen Stuhls imponierte und zweitens weil sie beide keine Kardinäle unter sich hatten von denen immer alle Unruhen herrührten so oft Kardinäle aus diesen Häusern sind so können diese nicht ruhig sein weil jene innerhalb und außerhalb Roms die Parteiungen unterhalten und die Barone dazu genötigt sind sie zu verteidigen aus dem Ehrgeiz solcher Prelaten entstehen mithin die Zwistigkeiten und der Aufruhr unter den Baronen es hat also Papst Leo den heiligen Stuhl schon groß und mächtig gefunden und so wie seine vorgenannten Vorfahren ihn durch ihre Waffen groß gemacht haben so ist zu hoffen dass er ihm durch seine vorzüglichen persönlichen Eigenschaften und seine milde Ansehen verschaffen werde von den verschiedenen Arten der Truppen nachdem ich die verschiedenen Beschaffenheiten der Herrschaften erwogen habe von denen zu reden ich mir vornahm und die Ursachen angezeigt sind aus denen es ihnen wohl oder übel ergeht nebst den Mitteln womit man versucht hat sie zu erwerben und zu erhalten so bleibt mir noch übrig im Allgemeinen die Arten des Angriffs und der Verteidigung durchzugehen welche dabei vorkommen können wir haben bereits erwähnt dass eine Herrschaft auf guten Gründen beruhen müsse wenn sie nicht zusammenstürzen soll die Die hauptsächlichste Stürze aller Staaten der Neuen wie der Alten und der Vermischten sind gute Gesetze und tüchtige Kriegsmacht gute Gesetze können nicht bestehen ohne eine gute Kriegsmacht diese aber setzt gute Gesetze voraus ich lasse also die Gesetzgebung liegen und rede von der Bewaffnung ich sage dass die Kriegsmacht mit der ein Fürst seinen Staat verteidigt entweder aus eigener oder gemieteter Mannschaft oder aus Hilfstruppen besteht oder aus diesen allen zusammen gemietete Mannschaft und Hilfstruppen sind unnütz und gefährlich wer seine Herrschaft durch Mietlinge zu schützen gedenkt steht nicht fest und kann nie sicher sein weil diese unter sich uneins unbändig ohne Disziplin untreu übermütig gegen ihre Freunde und feige gegen die Feinde sind Gott nicht fürchten und treulos gegen die Menschen handeln der Untergang ist also nur bis dahin verschoben wo der Angriff erfolgt im Frieden wird man von ihnen selbst beraubt im Krieg durch den Feind die Ursache hiervon ist dass sie nicht aus Zuneigung und aus keiner anderen Ursache im Feld erhalten werden es um eines geringen soll deswegen weswegen sie ihr Leben nicht preisgeben werden solange kein Krieg zu führen ist wollen sie wohl Soldaten sein sobald aber der Feldzug eröffnet wird laufen sie davon oder gehen nach Hause es sollte wohl ohne viel Mühe einleuchten dass dies sich so verhält denn Italien ist aus keiner anderen Ursache zugrunde gegangen als weil man sich so viele Jahre lang auf Mietstruppen verlassen hat welche dann und wann einige Vorteile übereinander erhielten und ganz tapfer schienen sobald aber fremde Heere kamen zeigte es sich wie sie beschaffen waren daher konnte Karl der achte Italien so geschwind überziehen wer behauptete dies geschehe um unserer Sünden willen hatte ganz recht aber nicht um deret willen die darunter verstanden wurden sondern wegen derer die ich angegeben habe die Fürsten hatten die Fehler begangen und mussten dafür leiden ich will die unglücklichen Folgen solcher Verteidigungsanstalten noch besser beweisen die gedungenen Feldherren sind entweder vorzügliche Kriegshelden oder sie sind es nicht im ersten Fall kann man sich auf sie nicht verlassen weil sie nach ganz eigener Größe streben und deshalb darauf aus sind entweder denjenigen selbst der sie gedungen hat oder andere gegen den Willen desselben zu unterdrücken ist der Feldhauptmann kein rechter Krieger so geht derjenige der ihn gedungen hat auf die gewöhnliche Weise zugrunde will man hierauf antworten dass es einerlei sei ob derjenige der die Kriegsmacht anführt gedungen ist oder nicht dass er in einem Fall ebenso handeln werde wie im anderen so erwidere ich dass ein jeder Fürst selbst ins Feld gehen und sein eigener General sein muss Republiken aber einen ihrer Mitbürger an die Spitze des Heeres stellen müssen denselben zurückrufen sollten wenn er sich als nicht hindänglich geschickt erweist und wenn er der Sache gewachsen ist ihn im Zaum der Gesetze zu halten haben die Erfahrung beweist es dass Fürsten und Republiken allein durch eigene Truppen Fortschritte machen und dass Söldnerheere nur Unglück anrichten eine Republik welche sich mit eigenen Waffen verteidigt wird nicht so leicht von einem ihrer Mitbürger unterjocht als wenn sie ein gedungenes Heer hält Rom und Sparta sind viele Jahrhunderte lang bewaffnet und frei gewesen die Schweizer sind höchst kriegerisch und frei von Mietstruppen aber gibt Carthago ein Beispiel welches nach dem ersten Krieg mit den Römern von ihnen unterdrückt wurde obgleich die Carthager eigene Bürger zu Generalen bestellt hatten Philipp von Makedonien wurde nach dem Tod des Epaminondas von den Tebanern zum Feldherrn erwählt und nahm ihnen dafür die Freiheit sobald er einen Krieg erfuchten hatte die Mailänder besoldeten nach dem Tod des Herzogs Filippo Visconti den Francesco Sforza um gegen die Venezianer Krieg zu führen sobald derselbe sie aber bei Caravaggio überwunden hatte verband er sich mit ihnen gegen seine Dienstherrn die Mailänder sein Vater Sforza stand in Diensten der Königin Johanna von Neapel und ließ diese mit einem Mal ganz ohne Verteidigungsmittel so dass sie sich dem König von Aragonien in die Arme werfen musste um ihr Reich nicht zu verlieren wenn Venedig und Florenz sich durch solche Waffen vergrößert haben und die Anführer derselben sich nicht zu Herren haben aufwerfen können so antworte ich auf diesen Einwurf, dass Florenz viel Glück gehabt hat indem es von den tapferen Generälen, die ihm furchtbar wurden einige im Krieg nicht glücklich gewesen sind andere Widerstand von anderer Seite her gefunden und endlich noch andere ihre ehrgeizigen Absichten auf andere Orte gerichtet haben zum Beispiel hat Giovanna Acuto nicht gesiegt daher ist nicht offenbar geworden wie weit ihm zu trauen gewesen wäre, wenn er gesiegt hätte jeder muss aber eingestehen dass er in diesem Fall mit Florenz machen konnte, was er wollte Francescos Sforza hatte beständig den Bracchio und dessen Leute sich gegenüber einer hielt den anderen zurück Francesco richtete seine Ansichten auf die Lombardai Bracchio auf den Kirchenstadt und Neapel wir wollen die neuesten Zeiten betrachten die Florentiner haben den Paolo Vitelli zu ihrem Feldherrn erwählt einen tapferen Mann, der sich im Privatstand den größten Ruhm erworben hat wenn derselbe Pisa erobert hätte so ist gar nicht zu leugnen, dass er mit Florenz hätte schalten können wie er wollte denn wenn er zu ihren Feinden überging konnten sie nichts machen und wenn er es weiterhin mit ihnen hielt so mussten sie ihm gehorchen betrachtet man die Fortschritte der Venetianer so wird man finden, dass diese sicher und glücklich waren solange sie sich dazu ihre eigenen Kräfte bedienten bis dahin nämlich, als sie ihre Unternehmungen auf dem festen Land anfingen denn bis dahin hatten sie tapfer mittels ihres eigenen Adels und Volkes Krieg geführt so wie sie aber damit begannen, auf dem festen Land Krieg zu führen machten sie es wie die übrigen Italiener im Anfang ihrer Eroberungen brauchten sie ihre Generäle nicht sonderlich zu fürchten weil ihr Staat noch nicht sehr groß war und sie dafür umso größeres Ansehen genossen als sie aber ansehnliche Fortschritte zu machen anfingen welches unter Carmagnola geschah merkten sie, dass sie auf dem falschen Weg waren sie sahen, wie gefährlich seine Tapferkeit zu ihnen werden drohte und sobald sie unter seiner Anführung den Herzog von Mailand geschlagen hatten und sahen, dass er nunmehr erkaltete sie also keine weiteren Vorteile durch ihn zu erhoffen hätten ihn aber weder entlassen konnten noch wollten und das erlangte nicht zu verlieren so sahen sie sich genötigt, ihn zu ihrer eigenen Sicherheit ums Leben bringen zu lassen sie haben hierauf Bartolomeo von Bergamo Roberto von San Severino den Grafen von Pitigliano und andere Generäle gedungen bei denen sie nur zu fürchten hatten, dass sie geschlagen würden von denen aber keinerlei Erfolge erwartet werden mussten so wie es denn auch zu Weiler ging wo sie in einer Schlacht alles verloren was sie in 800 Jahren mit so großer Mühe errungen hatten denn solches Kriegssystem bringt langsame und geringe Fortschritte und plötzlichen erstaunlichen Verlust mit sich da ich auf diese italienischen Beispiele gekommen bin in welchem Land alles seit vielen Jahren mittels gedungener Krieger ausgerichtet wird so will ich darin noch etwas höher hinauf gehen um den Ursprung und die Fortschritte des Übels zu zeigen damit man ihm desto besser begegnen möge da in den neueren Zeiten das kaiserliche Ansehen in Italien fiel und das weltliche Ansehen des Papstes dagegen zunahm war dieses Land in verschiedene Staaten zerteilt mehrere der großen Städte ergriffen die Waffen gegen die Herren welche sie unter Begünstigung des Kaisers in der Unterdrückung hielten der päpstliche Stuhl aber unterstützte jene um sich weltliches Ansehen zu verschaffen in manchen anderen erhoben sich Bürger zur fürstlichen Würde Italien geriet hingegen gewissermaßen in die Hände des heiligen Stuhls und einigen Republiken beide aber, Priester und Bürger waren nicht an die Waffen gewöhnt und fingen an Truppen zu mieten der erste, der eine solche Miliz zu Ehren brachte war Albergio da Como Romagnuolo aus seiner Schule gingen unter anderem Braccio und Sforza hervor die zu ihrer Zeit über Italien walteten auf sie folgten alle anderen die bis in unsere Zeiten die italienischen Heere befehligt haben das Ende ihrer Heldentaten aber ist gewesen dass Italien von Karl VIII. überrannt von Ludwig XII. ausgeplündert von Ferdinand von Aragonien bezwungen und von den Schweizern geschändet worden ist Jene Anführer von Mietstruppen fingen damit an das Fußvolk um seine Ehre zu bringen um selbst zu größerem Ansehen zu gelangen dies taten sie, weil sie selbst ohne Länder und auf persönliche Mittel beschränkt waren mittels weniger Fußvölker kein großes Ansehen erhalten zahlreiche aber nicht ernähren konnten sie beschränkten sich also auf die Reiterei wo sie denn mittels einer geringen Zahl Unterhalt und Ehre zu gewinnen vermochten die Sache war dahin gekommen dass in einem Heer von 20.000 Mann kaum 2.000 Mann zu Fuß waren außerdem wandten sie alles an um sich und ihren Leuten Mühseligkeiten und Gefahren zu ersparen indem sie in den Schlachten einander nicht töteten sondern ohne Verwundung gefangen nahmen sie machten des Nachts keine Angriffe auf die Festungen keine Ausfälle aus denselben sie befestigten ihre Lage nicht und hielten das Feld nicht im Winter alles das war ihrer Kriegsordnung gemäß und, wie ich schon gesagt habe ausgedacht, um Mühseligkeit und Gefahr abzuwenden Italien ist darüber aber völlig in Sklaverei und Schande geraten von Hilfstruppen die zweite Art unnützer Kriegsmacht sind die Hilfstruppen um solche handelt es sich wenn ein Mächtigerer angerufen wird um dich mit seinen Waffen zu unterstützen und zu verteidigen so wie neuerlich Papst Julius nach der traurigen Erfahrung mit gedungener Mannschaft die er bei Ferrara gemacht hatte den König Ferdinand von Aragonien anrief dass er ihm mit seiner Armee zu Hilfe kommen möchte ein solches Heer kann wohl für denjenigen dem es angehört etwas Nützliches ausrichten aber dem, der es herbeiruft ist es allemal nachteilig denn wird es geschlagen so bist du überwunden und siegt es so bist du selbst ihr Gefangener schon die alte Geschichte ist von solchen Beispielen voll ich will aber bei dem von Papst Julius stehen bleiben welches noch ganz neu ist dieser hätte keinen schlechteren Entschluss fassen können als sich einem Fremden in die Arme zu werfen um Ferrara zu erlangen zu seinem Glück kam ihm ein dritter Umstand dazwischen so dass ihn die Folgen dieses Fehlers nicht trafen da nämlich seine Verbündeten bei Ravenna geschlagen wurden und die Schweizer aufstanden welche gegen alle Erwartungen die Sieger vertrieben so fiel er weder in die Hände seiner Feinde die eben geschlagen waren noch seiner Freunde weil andere als sie den Sieg davon getragen hatten die Florentiner hatten selbst gar keine Armee und führten zehntausend Franzosen vor Pisa um es zu erobern woraus für sie selbst eine größere Gefahr entstand als alle in denen sie sich jemals befunden hatten der Kaiser von Konstantinopel sandte zehntausend Türken nach Griechenland um es gegen seine Nachbarn nach beendetem Krieg weigerten sie sich jedoch es zu verlassen und dies war der Anfang der Unterjochung von Griechenland durch die Ungläubigen er sich selbst in die Lage setzen will auf keine Weise den Sieg davontragen zu können der Bediener sich solcher Hilfstruppen mit ihnen ist der Untergang zum Voraus ganz zubereitet denn sie sind untereinander einig und im Gehorsam eines anderen gedungene Mannschaft jedoch hat wenn sie schon gesiegt hat noch etwas Zeit nötig und es müssen besondere Gelegenheiten entstehen weil sie nicht ein eigenes Chor ausmacht von dir zusammengebracht und bezahlt ist ein dritter aber den du ihnen zum Oberhaupt ergibst nicht augenblicklich so viel Ansehen erhält um dir schaden zu können kurz das gefährlichste ist bei den Mietstruppen ihre Feigheit bei Hilfstruppen ihre Tapferkeit jeder nur etwas kluge Fürst hat es immer vermieden sich solcher Mannschaft zu bedienen und hat lieber mit eigener überwunden werden als mit fremder siegen wollen da den Sieg den er durch fremde Truppen errungen hätte nicht für wahren Gewinn hätte halten können ich trage kein Bedenken den Cesare Borgia und seine Handlungen als Beispiel anzuführen dieser Heerführer fiel mit französischen Soldaten in die Romagna ein und eroberte mit ihnen Imola und Furli weil er diese Armee aber für nichts sicher erachtete so wandte er sich Mietstruppen zu die er für weniger gefährlich hielt und nahm die Orsini und Vitelli in Sollt Da er auch diese bei der weiteren Verhandlung unsicher untreu und gefährlich fand so löste er sie ebenfalls auf und wandte sich den eigenen Leuten zu Den Unterschied zwischen beiden Arten der Kriegsmacht kann man leicht einsehen wenn man nur miteinander vergleicht wie der Herzog angesehen wurde solange er die Orsini und Vitelli hatte und wie viel er gewann sobald er mit eigener Mannschaft dastand Zu großer Achtung gelangte er erst als jedermann sah dass er völlig Herr über sein ganzes Heer war Ich verlasse die neue italienische Geschichte ungern doch kann ich nicht umhin den Hiero von Syrakus zu nennen dessen ich schon oben gedacht habe Die Syrakusane hatten ihn wie ich bereits erwähnt habe zu ihrem Heerführer gewählt Er sah so gleich ein dass ihm die Mietstruppen nichts nützen konnten weil sie gleich unseren italienischen von eigenen Anführern gedungen waren Da er sie nun weder behalten noch gehen lassen durfte so ließ er sie insgesamt in Stücke hauen und führte darauf den Krieg bloß mit eigener Mannschaft und ohne fremde Hilfe Auch will ich an eine Begebenheit aus dem alten Testament erinnern die hier recht passend ist Da sich David dem Saul anbot den Philister Goliath auf seine Aufforderung hin zu bekämpfen so gab ihm Saul seine Waffen um ihm Mut zu machen Sobald David sie aber angetan hatte so weigerte er sich und sagte dass er sich damit nicht auf sich selbst verlassen könne und er mit seinen eigenen Waffen kämpfen wollte und er griff zu Schleuder und Messer Kurz fremde Waffen fallen ab oder erdrücken durch ihre Last oder erdrosseln dich selbst Karl der Siebte Vater Ludwigs des Elften erkannte nachdem er Frankreich von den Engländern befreit hatte die Notwendigkeit eigener Waffen und errichtete in seinem Land die Jean Arms und das Fußvolk Später begann sein Sohn Ludwig damit das Fußvolk zu entlassen und stattdessen Schweizer zu besolden Dieser Fehler nebst einigen anderen die bald nachfolgten war die Ursache der großen Gefahr in welche sein Reich geriet denn er verschaffte dadurch den Schweizern großen Ruf und machte seine eigene Macht verächtlich da er das Fußvolk auflöste und die Jean Arms daran gewöhnte gemeinschaftlich mit Schweizern zu fechten so dass sie ohne diese nichts mehr auszurichten vermochten Daher kommt es dass Franzosen gegen Schweizer nichts vermögen und ohne Schweizer gegen andere ebenfalls nichts ausrichten können Die französischen Heere sind also vermischt halb gedungene halb eigene Mannschaft Das alles zusammen ist viel besser als bloß gedungene oder bloß Hilfstruppen zu haben aber doch viel schlechter als völlig eigene Das angeführte Beispiel ist hinreichend denn das französische Reich würde unüberwindlich sein wenn Karls Ordnung aufrechterhalten und weiter ausgedehnt worden wäre Aber so machen es die Menschen Sie fangen ohne viel Überlegungen eine Sache an die einigen guten Anschein hat und achten nicht auf das verborgene Gift so wie ich es oben von der Schwindsucht gesagt habe Der Fürst der das Übel erst dann erkennt wenn es schon da ist kann nicht für weise gehalten werden was ja nur wenigen gegeben ist Wenn man den Untergang des römischen Reiches nachspürt so findet man den Anfang in der Maßregel die Goten zu besolden denn damit ließ die Stärke des römischen Reichs nach und alle Kräfte die dieses verlor gingen auf jene über Ich schließe also daraus dass keine Herrschaft gesichert ist ohne eigene Waffen Denn wer keine Kraft hat die ihn bei widrigen Schicksalen schützt hängt bloß vom Glück ab Es ist immer die Meinung weiser Männer gewesen dass nichts so schwach und unbeständig sei wie der Ruf großer Macht der nicht auf eigenen Kräften beruht Eigene Waffen aber sind solche die von Untertanen oder Bürgern geführt werden auch selbst geschaffene Heere Alles andere sind Gedungene oder Hilfstruppen Die beste Art eigene Mannschaft anzuordnen ist leicht herauszufinden wenn die oben von mir angegebene Anordnungen erwogen werden und wenn man erwägt wie Philipp Vater Alexanders des Großen und viele andere Fürsten und Republiken es gemacht haben Was der Fürst im Kriegswesen zu beachten hat Ein Fürst soll also auf nichts anderes sein Augenmerk richten auf nichts anderes denken und nichts anderes zu seiner eigenen Beschäftigung erwählen als das Kriegswesen und die Einrichtung desselben Denn dies ist die einzige eigene Sache dessen der befehlen will und sie vermag so viel dass sie nicht alleingeborene Fürsten erhält sondern auch manche Privatpersonen zur Herrschaft erhebt Und im Gegenteil haben manche Fürsten die Herrschaft verloren sobald sie die Wollüste dem Kriegshandwerk vorzogen Die erste Ursache für den Verlust der Herrschaft ist es wenn man den Krieg verachtet Das Mittel sie zu erwerben ist die Erfahrenheit in der Kriegskunst Francesco Sforza wurde durch seine Geschicklichkeit in derselben Herzog von Mailand Seine Söhne fielen durch ihre Abneigung gegen die Mühseligkeiten des Krieges von der herzöglichen Würde wieder zurück in den Privatstand Eines Eines unter den vielen Übeln die die Abneigung gegen den Krieg mit sich führt ist dass sie Verachtung erregt Und dieses ist etwas wofür sich der Fürst am allermeisten hüten muss wie weiter unten noch ausführlicher gezeigt werden wird Denn zwischen einem Bewaffneten und einem Unbewaffneten ist gar kein Verhältnis Es ist unvernünftig zu erwarten dass der Bewaffnete dem Unbewaffneten gehorchen werde und dass der Unbewaffnete unter seinen bewaffneten Dienern sicher sein könnte Auf einer Seite Verachtung auf der anderen Arg wohnen Das kann zusammen unmöglich gut gehen Ein Fürst der den Krieg nicht versteht ist außer anderen Übeln wie gesagt auch noch diesem unterworfen dass er auf die Achtung seiner Leute keinen Anspruch machen und ihnen nicht trauen Er darf daher dieses Kriegshandwerk niemals vernachlässigen und muss es im Frieden noch mehr üben als im Krieg selbst Dies kann auf zweierlei Art geschehen durch Tätigkeit und durch Nachdenken Was das Erste betrifft so muss er seine Mannschaft immer in guter Ordnung und in Übung halten selbst aber seinen Körper durch die Jagd abhärten welche ihm außerdem Gelegenheit gibt die verschiedenen Beschaffenheiten der Gegenden zu beobachten zu lernen wie die Berge sich erheben und die Ebenen verlaufen wie Flüsse und Seen beschaffen sind und dies alles auf das Genaueste zu bemerken Diese Kenntnis hat zweierlei Nutzen Erstens lernt er sein eigenes Land besser kennen und die Mittel es zu verteidigen Zweitens erlangt er durch diese praktische Kenntnis die Fertigkeit unbekannte Gegenden zu erforschen an denen ihn gelegen ist Denn die Hügel Berge Täler Flüsse und Seen zum Beispiel in der Toskana haben einige Ähnlichkeiten mit denen in anderen Ländern so dass man durch die Bekanntschaft mit jenen auch diese leichter kennenlernt Der Fürst dem diese Geschicklichkeit fehlt ermangelt eines Haupterfordernisses des Feldherrn Denn hierdurch lernt man den Feind aufsuchen Lager auswählen Armeen führen Schlachten anordnen und mit Vorteil Belagerungen anfangen Unter anderen Lobsprüchen welche die Schriftsteller dem achäischen Feldherrn Philopömen erteilten ist auch dieser zu finden dass er im Frieden immer an den Krieg dachte und wenn er sich mit seinen Freunden im freien Feld befand oft mit ihnen Betrachtungen darüber anstellte wer ihm Vorteil sein würde wenn der Feind auf jenem Hügel stände und wir mit unserem Heer hier wären wie er als dann unter Beibehaltung der Schlachtordnung sicher anzugreifen sei was müsste geschehen wenn wir uns zurückziehen wollen was hätten wir zu tun um ihn zu verfolgen wenn er sich zurückzöge auf Spaziergängen legte er ihnen alle Fälle vor die bei einem Heereszug vorkommen können hörte ihre Meinung sagte ihnen die seinige und unterstützte diese mit Gründen so dass nach so vielen Betrachtungen fast kein Zufall im Feld sich hätte ereignen können der nicht im Voraus erwogen worden war was die Bildung des Geistes anlangt so muss der Fürst die Geschichte lesen und die Handlungen ausgezeichneter Männer betrachten er muss erwägen wie sie sich im Krieg benommen haben die Ursachen ihrer Siege und Niederlagen erforschen um diese zu vermeiden und jene nachzuahmen und vor allen Dingen muss er so zu machen suchen wie irgendein großer Mann den er sich zum Muster vorgestellt hat vor ihm gehandelt hat so wie man sagt dass Alexander der Große dem Achilles Cäsar dem Alexander und Scipio den Zyrus zum Vorbild gewählt habe wer Xenophons Leben des Zyrus gelesen hat wird im Leben des Scipio erkennen wie viel Ruhm diesem die Nachahmung gebracht und wie sehr Scipio sich bemüht hat in der Enthaltsamkeit Leutseligkeit Menschlichkeit und Freigebigkeit das zu erreichen was Xenophon von Zyrus meldet Auf solche Art muss ein weiser Fürst die Muße benutzen Er darf im Frieden nicht müßig gehen sondern muss sich durch Anstrengung einen Schatz sammeln den er im Unglück gebrauchen kann damit das Glück wenn es sich wendet ihn vorbereitet findet seinen Schlägen zu widerstehen Wodurch die Fürsten Lob und Tadel erwerben Es ist noch die Untersuchung übrig wie der Fürst sich gegen seine Untergebenen und gegen seine Feinde benehmen muss und da dieses schon von manchen anderen abgehandelt worden ist so sorge ich mich es könne mir als Übermut angerechnet werden dass ich ebenfalls von der Sache rede insbesondere da ich von meinen Vorgängern abweiche da aber meine Absicht darauf gerichtet ist für den der es versteht etwas nützliches zu schreiben so scheint es mir schicklicher die Wahrheit darzustellen wie sich dieselbe in der Wirklichkeit findet als den Einbildungen jener zu folgen denn manche Schriftsteller haben Republiken und Fürstentümer erdacht der gleiche niemals gesehen worden oder in der Wahrheit gegründet gewesen sind denn es ist ein so großer Unterschied vorhanden zwischen dem was geschieht und dem was geschehen sollte dass derjenige der das erste vernachlässigt und sich nur nach dem letzteren richtet sich eher seinen Untergang als seine Erhaltung bereitet Jemand 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 der es darauf anlegt in allen Dingen moralisch gut zu handeln muss unter einem Haufen der sich darum nicht schert zugrunde gehen Daher muss ein Fürst der sich behaupten will sich auch darauf verstehen nach Gelegenheit schlecht zu handeln und dies tun oder lassen so wie es die Notwendigkeit erfordert Mit Hinstandsetzung alles dessen was über erdichtete Fürsten vorgebracht worden ist und um bei der Wahrheit zu bleiben sage ich dass allen Menschen von denen geredet wird und vorzüglich den Fürsten die so viel höher stehen als andere gewisse Eigenschaften beigelegt werden die mit Lob oder Tadel verbunden sind einer gilt als freigiebig der andere als filzig einer lieb zu geben der andere zu rauben einer ist grausam der andere mitleidig einer treulos der andere zuverlässig einer weibisch und feig der andere mutig und wild einer menschenfreundlich der andere übermütig einer wollüstig der andere keusch und züchtig einer aufrichtig der andere listig einer hartherzig der andere nachgiebig einer ernsthaft der andere leichtsinnig einer religiös der andere ungläubig und so weiter ich weiß wohl dass jeder man eingestehen wird es sei wünschenswert die fürsten möchten von allen oben genannten eigenschaften die lobenswerten besitzen da aber die beschaffenheit der menschlichen natur es nicht verstattet dies zu erwarten und all jene vorschriften zu befolgen so ist es notwendig klug genug zu sein um den üblen ruf solcher laster zu vermeiden über welche die herrschaft verloren gehen könnte vor den fehlern aber welche nicht solche folgen haben muss man sich zwar hüten wenn es möglich ist jedenfalls aber kann man sich sogar ohne viele vorsicht darin gehen lassen endlich muss man sich nicht so ängstlich vor dem bösen ruf solcher untugenden hüten ohne welche man schwerlich die herrschaft behauptet denn wenn man die sachen genau betrachtet so gibt es anscheinende tugenden bei denen man zugrunde geht und anscheinende fehler auf denen die sicherheit und die fortdauer des wohlbefindens beruht von freigiebigkeit und geiz ich fange mit der ersten der oben genannten eigenschaften an und behaupte dass es gut ist für freigiebig zu gelten hingegen wird die freigiebigkeit die du so ausübst dass du nicht dafür giltst schädlich sein denn wird sie nur recht tüchtig ausgeübt und wie es recht ist aber nicht recht bekannt so vermeidet man damit nicht einmal den üblen Ruf des Gegenteils um den namen eines freigiebigen unter den menschen zu behaupten muss man alle art von aufwand machen damit verzehrt ein fürst alles was er hat und wird um den namen des freigiebigen aufrecht zu erhalten zuletzt dazu genötigt seine untertanen mit auflagen zu beschweren und alle wege einzuschlagen um zu geld zu kommen das macht ihn bei seinen untertanen verhasst und sobald wird er verächtlich seine freigiebigkeit hat wenige bereichert seine verschwendung aber drückt viele und er kommt darüber bei der letzten verlegenheit in gefahr siehder dies ein und will zurück ziehen so kommt er in den bösen ruf der filzigkeit da der fürst also nicht auf solche art freigiebig sein darf dass es in die augenfalle und bekannt werde so muss er den Ruf des Geizes nicht fürchten mit der zeit wird er schon wieder für freigiebig gelten wenn man sieht dass bei seiner sparsamkeit die gewöhnlichen einkünfte zureichen dass er die kosten des krieges womit er etwa überzogen wird bestreiten kann ohne die untertanen zu beschweren so dass er am ende freigiebig ist gegen den großen haufen dem er das seinige lässt und geizig nur gegen die wenigen wir haben zu unseren zeiten gesehen dass nur die jenigen große dinge ausrichteten die für geizig galten die anderen aber zugrunde gingen papst julius der zweite hatte den namen der freigiebigkeit durch das betragen erworben wodurch er sich auf den päpstlichen stuhl schwang nachdem er ihn bestiegen hatte dachte er nicht mehr daran um sich vielmehr nur zum Krieg gegen Frankreich vorzubereiten er hatte auch wirklich so viele Kriege geführt ohne außerordentliche Auflagen zu machen seine lange Sparsamkeit schaffte Rat zu allen ungewöhnlichen Ausgaben wenn der jetzige König von Spanien Ferdinand der Katholische für freigiebig hätte gelten wollen so hätte er nicht so viele Unternehmungen ausführen können ein Fürst der solche Wirtschaft führt dass er es nicht nötig hat seine Untertanen auszublündern um sich zu verteidigen dass er sich nicht darum zu sorgen hat arm und verachtet zu werden dass er nicht in Gefahr gerät aus Not habsüchtig zu werden er muss nicht befürchten für geizig zu gelten denn das ist eine Untugend auf der die Sicherheit seiner Herrschaft beruht und wenn jemand sagen sollte dass Cäsar durch seine Freigebigkeit zur Herrschaft gelangt sei und dass viele andere durch diesen Ruf sich sehr hoch hinauf geschwungen haben so antworte ich folgendes entweder du bist schon gemachter Fürst oder auf dem Wege es zu werden im ersten Fall ist die Freigebigkeit nachteilig im zweiten ist es zwar nötig für freigebig zu gelten und von der Art war Cäsar der die Herrschaft von Rom zu erlangen strebte hätte er aber länger gelebt ohne diese Weise zu handeln abzulegen so hätte er seine Herrschaft selbst zerstört auf die Antwort dass viele freigiebige Fürsten mittels ihrer Kriegsheere große Dinge ausgerichtet haben erwidere ich der Fürst vergeudet entweder sein Gut und das seine Untertanen oder Fremdes im ersten Fall sollte er sparsam sein im zweiten muss er auf alle Weise den Namen der Freigiebigkeit suchen denn der Fürst der mit einem Heer auszieht welches von Raub Plünderung und Brandschatzung lebt und fremdes Gut an sich bringt muss wohl freigiebig sein sonst fände er keine Soldaten die mit ihm ausziehen wenn du nicht dein eigenes oder deiner Untertanen gut vergeudest so magst du wohl freigiebig sein wie Cyrus Cäsar und Alexander fremdes Gut durchzubringen das macht keinen schlechten Namen sondern das Gegenteil nur die Verschwendung des eigenen schadet keine Sache verzehrt sich so sehr selbst wie die Freigiebigkeit indem du sie übst verlierst du die Kraft dazu und wirst entweder arm oder niederträchtig oder um der Armut zu entgehen räuberisch und dadurch verhasst unter allen Dingen die ein Fürst vermeiden muss steht es obenan verachtet und verhasst zu sein und die Freigiebigkeit führt zu beidem es ist daher weiser sich als geizig verschreien zu lassen was freilich einen schlechten Namen macht jedoch ohne Hass zu erzeugen als um des Rufes der Freigiebigkeit willen als räuberisch berüchtigt und dabei verhasst zu werden von der Grausamkeit und Milde Ich gehe weiter zu den übrigen oben genannten Tugenden und sage dass jeder Fürst versuchen müsste für mitleidig gehalten zu werden jedoch so dass er diese Tugend nicht übel anwende Cesar Borgia galt als grausam diese Grausamkeiten hatten die Provinz Romagna zusammengehalten in Einigkeit in Frieden und in treuer Unterwürfigkeit Erweckt man es genau so wird man finden dass dies viel menschlicher war als das Betragen der Florentiner die zuließen dass Pistoia zerstört wurde um nicht als grausam zu gelten Ein Fürst darf daher den Ruf der Grausamkeit nicht scheuen um seine Untertanen in Gehorsam und Einigkeit zu erhalten Es ist mehr Barmherzigkeit darin wenige Strafen zu verfügen als durch unzeitige Nachsicht Unordnungen zu veranlassen welche Mord und Raub erzeugen die ganze Gemeinwesen treffen wohingegen die Strafbeschlüsse der Fürsten nur Einzelne treffen Unter allen Fürsten kann der Neue am wenigsten den Namen der Grausamkeit vermeiden weil seine Lage voller Gefahren ist Daher legt Virgil der Dido zur Entschuldigung ihrer strengen Regierung Folgendes in den Mund Res dura et regni novitas metalia cogunt muliri et late fines custode tueri Dennoch darf er nicht leicht glauben und sich in Bewegung setzen Er darf sich auch nicht leichtfertig fürchten sondern muss mit Klugheit mit Menschenfreundlichkeit mäßig verfahren sodass ihn weder zu viel Vertrauen unvorsichtig noch zu viel Misstrauen unerträglich mache Hieraus entsteht eine Streitfrage ob es besser sei geliebt oder gefürchtet zu werden Ich antworte dass beides gut ist Da es aber schwer ist beides miteinander zu verbinden so ist es viel sicherer gefürchtet zu werden als geliebt wenn ja eines von beiden fehlen soll Denn man kann im Allgemeinen von den Menschen sagen dass sie undankbar wankelmütig verstellt feige in der Gefahr und begierig auf Gewinn sind Solange du ihnen wohl tust sind sie dir ganz ergeben wollen gut und Blut für dich lassen ihr eigenes Leben aufopfern und das Leben ihrer Kinder wie ich schon gesagt habe solange die Gefahr entfernt ist Kommt sie aber näher so empören sie sich Der Fürst der sich auf ihre Worte verlassen und keine anderen Vorkehrungen getroffen hat geht zugrunde Denn die erkauften Freundschaften so sie nicht durch Größe des Geistes und Edelmut erworben sind haben zwar guten Grund halten aber doch nicht vor wenn es Not tut Die Menschen machen sich weniger daraus den zu beleidigen der sich beliebt macht als den der gefürchtet wird Denn die Zuneigung der Menschen beruht auf einem Band der Dankbarkeit das wegen der schlechten Beschaffenheit der menschlichen Natur abreißt sobald sobald Eigennutz damit in Streit gerät Die Furcht aber Verzüchtigung lässt niemals nach Doch muss der Fürst sich auf solche Art gefürchtet machen dass er nicht verhasst werde Denn es kann recht gut miteinander bestehen gefürchtet zu sein und nicht gehasst Hierzu ist es vornehmlich erforderlich dass er sich der Eingriffe in das Vermögen seiner Bürger und Untertanen und ihrer Weiber enthalte Ist es doch notwendig einem das Leben zu nehmen so geschehe es so dass die gerechte Ursache zutage liege Vor allen Dingen aber erhalte er sich das Vermögen der Untertanen anzutasten denn die Menschen verschmerzen allenfalls noch eher den Tod des Vaters als den Verlust des Vermögens Auch fehlt es niemals an Veranlassungen das Vermögen zu nehmen Wer einmal anfängt so zu plündern findet immer Ursachen den nächsten ebenfalls anzugreifen Die Veranlassungen zum Blutvergießen sind seltener und es fehlt leichter daran Hat der Fürst aber ein großes Heer beisammen so darf er den Ruf der Grausamkeit nicht fürchten Denn ein Kriegsheer kann ohne das nicht wohl beisammen und in Gehorsam erhalten werden Unter die bewunderungswürdigsten Taten des Hannibal wird vorzüglich gezählt dass er ein großes aus unendlicher Mannigfaltigkeit von Menschengeschlechtern zusammengesetztes Heer in fremde Länder geführt hat ohne dass jemals ein Aufstand oder Zwistigkeit unter ihnen entstanden wäre und zwar ebenso wenig im Unglück wie im Glück dies dies nur von seiner unmenschlichen Grausamkeit herrühren die ihn in Verbindung mit seinen unendlichen großen Eigenschaften ehrwürdig und furchtbar machte was ja durch die übrigen allein nicht geschehen wäre unüberlegte Schriftsteller bewundern seine Handlungen und tadeln auf der anderen Seite die Ursachen derselben dass dem wirklich so gewesen ist beweist das Beispiel des Scipio der ein in seinen und in allen Zeiten so seltenes Beispiel aller Tugenden gab und dessen Kriegsheer in Spanien dennoch rebellierte was keine andere Ursache gehabt hat als seine Milde die den Soldaten mehr Freiheit zugestand als mit der militärischen Zucht vereinbar ist Fabius Maximus warf ihm dies im Senat vor und nannte ihn deswegen den Verderber der römischen Kriegszucht als einer seiner Unterbefehlshaber die Locra vernichtete machte er diesem deswegen keinen Vorwurf und strafte es nicht auch dies rührte von seiner allzu nachsichtigen Gemütsart her so dass jemand im Senat ihn damit entschuldigte es gebe Menschen die sich besser darauf verstünden selbst nie zu fehlen als die Fehler anderer zu bestrafen diese Gemütsbeschaffenheit würde am Ende den Ruhm des Scipio befleckt haben wenn er hätte fortfahren sollen den Befehlshaber zu machen da er aber unter der Regierung eines Senats lebte so verschwand der Fehler nicht nur sondern gereichte ihm noch zum Ruhm ich komme zum Schluss auf meine Behauptung zurück und fasse sie auf folgende Weise da die Liebe der Menschen von ihrer Neigung ihre Furcht aber von Betragen des Fürsten abhängt so darf der weise Fürst es nicht auf die Neigung anderer ankommen lassen sondern muss auf das achten was von ihm abhängt er muss es vermeiden sich verhasst zu machen inwiefern ein Fürst sein Wort halten muss jedermann weiß wie lobenswert es ist wenn ein Fürst sein Wort hält und rechts schaffen lebt nicht mit List dennoch sieht man aus der Erfahrung unserer Tage dass diejenigen Fürsten welche sich aus Treue und Glauben wenig gemacht haben und mit List die Gemüter der Menschen zu betören verstanden große Dinge ausgerichtet und am Ende diejenigen welche redlich handelten überwunden haben wisset also dass es zwei Arten des Kampfes gibt eine durch die Gesetze die andere durch Gewalt das erste ist die Sitte der Menschen das zweite die Weise der Tiere oft aber reicht das erste nicht aus und so muss zu der zweiten Manier gegriffen werden für einen Fürsten ist es daher notwendig den Menschen und das reißende Tier spielen zu können diese Lehre wird von den Alten dadurch angedeutet dass sie berichteten wie Achilles und viele andere Helden vom Zentauren Chiron aufgezogen und unterwiesen worden sind einen solchen Lehrer haben halb Mensch halb Tier heißt nichts anderes als dass ein Fürst beide Naturen die menschliche und die tierische gut zu gebrauchen wissen soll weil die eine ohne die andere nicht lange besteht weil es denn notwendig ist dass der Fürst sich darauf versteht die Bestie zu spielen so muss er beides davon nehmen den Fuchs und den Löwen denn der Löwe entgeht den Schlingen nicht und der Fuchs kann sich gegen den Wolf nicht wehren die Fuchsgestalt ist also nötig um die Schlingen kennenzulernen und die Löwenmaske um die Wölfe zu verjagen die jenigen welche sich allein darauf legen den Löwen zu spielen verstehen es nicht ein kluger Fürst kann und darf daher sein Wort nicht halten wenn die Beachtung desselben sich gegen ihn selbst kehren würde und die Ursachen die ihn dazu bewogen haben es zu geben aufhören wenn die Menschen insgesamt gut wären so würde dieser Rat nichts wert sein da sie aber nicht viel taugen und ihr Wort gegen dich nicht halten so hast du es ihnen gegenüber auch nicht zu halten und einem Fürsten kann es nie an Vorwand fehlen es zu beschönigen wenn er es bricht hiervon könnte man viele neue Beispiele anführen und zeigen wie viele Friedensschlüsse wie viele Versprechungen durch die Untreue der Fürsten vereitelt sind und dass derjenige der den Fuchs am besten zu spielen gewusst hat auch am weitesten kommt aber es ist notwendig sich darauf zu verstehen wie diese Eigenschaft beschönigt wird stark in der Kunst zu sein sich zu verstecken und zu verlarven die Menschen sind so einfältig und hängen so sehr von dem Druck des Augenblicks ab dass derjenige der sie hintergehen will allemal jemanden findet der sich betrügen lässt ein einziges neues Beispiel will ich anführen Papst Alexander der sechste tat gar nichts anderes als betrügen dachte an nichts anderes und fand immer Leute die sich anführen ließen niemals hat jemand eine größere Fertigkeit gehabt zu versichern und mit großen schwüren zu beteuern und doch weniger zu halten dennoch gelangen ihm seine Anschläge und Hinterlisten nach Wunsch weil er die Welt von dieser Seite gut kannte ein Fürst muss also nicht die vorhin beschriebenen Tugenden haben wohl aber das Ansehen davon ich wage zu behaupten dass es sehr nachteilig ist stets redlich zu sein aber fromm treu menschlich gottesfürchtig und redlich zu erscheinen ist sehr nützlich man muss sein Gemüt so bilden dass man wenn es notwendig ist auch das Gegenteil hervorbringen kann ein Fürst und besonders ein neuer Fürst kann nicht immer alles das beachten was bei anderen Menschen für gut gilt er muss oft um seinen Platz zu behaupten Treue Menschenliebe Menschlichkeit und Religion verletzen er muss also ein Gemüt besitzen das dazu fähig ist sich so wie es die Winde und abwechselnden Glücksfälle erfordern zu wenden und und zwar nicht eben den geraden Weg allemal verlassen so oft es Gelegenheit dazu gibt wohl aber den krummen Weg betreten wenn es sein muss ein Fürst muss daher sehr darauf bedacht sein dass nie ein Wort über seine Lippen gehe das nicht von den oben genannten fünf Tugenden zeugt alles was von ihm her kommt muss Mitleid Treue Menschlichkeit Redlichkeit und Frömmigkeit atmen nichts aber ist notwendiger als der Schein der letztgenannten Tugend denn die Menschen urteilen im ganzen mehr nach den Augen als nach dem Gefühl die Augen hat jeder offen wenige haben richtiges Gefühl jeder sieht was du zu sein scheinst wenige merken wie du beschaffen bist und diese wenigen wagen es nicht der Stimme des großen Haufens zu widersprechen dem der Glanz großer Würde immer als ein Grund der Bewunderung gilt bei den Handlungen der Menschen besonders der Fürsten welche keinen Gerichtshof über sich anerkennen wird immer auf den Endzweck gesehen der Fürst suche also nur sein Leben und seine Gewalt zu sichern die Mittel werden immer als ehrenvoll gelten und von jedermann gelobt werden denn der große Haufen hält es stets mit dem Schein und mit dem Ausgang eine Sache Die ganze Welt ist voll von Pöbel und die wenigen Klügeren kommen nur zu Wort wenn es dem großen Haufen der in sich selbst keine Kraft hat an einer Stütze fehlt Ein Fürst unserer Zeit den ich besser nicht nenne predigt nichts als Frieden und Treue und wäre doch um seine Herrschaft gekommen wenn er sie selbst beachtet hätte Verachtung und Hass sind zu vermeiden Nachdem ich die wichtigsten der aufgezählten Eigenschaften ausführlich behandelt habe so will ich die übrigen hier in die allgemeine Lehre zusammenfassen dass der Fürst so wie zum Teil im Einzelnen schon gesagt ist alles vermeiden muss was ihn gehässig oder verächtlich machen kann und so oft er dies vermeidet wird er das seinige getan haben und alle übrige üble Nachrede kann ihm keine Gefahr bringen verhasst macht ihn vor allem anderen wie ich bereits erwähnt habe wenn er räuberisch ist und das Vermögen und die Weiber seiner Untertanen angreift deren er sich enthalten sollte solange Vermögen und Ehre der Menschen nicht angetastet werden solange leben sie zufrieden und es ist nur der Ehrgeiz einiger weniger zu bekämpfen welche auf mancherlei Art leicht im Zaum zu halten sind verächtlich wird derjenige der als wankelmütig leichtsinnig weibisch kleinmütig und unentschlossen gilt dies muss ein Fürst vermeiden wie eine Klippe und sich bemühen in seinen Handlungen eine gewisse Größe Mut Ernst und Stärke zu zeigen in allen Verhandlungen mit den Untertanen muss er von sich die Meinung zu erregen suchen dass seine Entschlüsse unwiderruflich seien und in solcher Achtung erhalten dass niemand es wagt ihn zu hintergehen oder zu bestricken Der Fürst der in diesem Ansehen steht hat Ruf genug und gegen ihn wird schwerlich eine Verschwörung angezettelt Es greift ihn nicht leicht jemand an sobald man weiß dass er große Eigenschaften hat und von den seinigen geachtet wird Ein Fürst hat nur zwei Dinge zu fürchten eines im Inneren von seinen Untertanen das andere von außen von fremden Mächten Gegen diese wird man sich mit guter Kriegsmacht und wer die hat dem kann es nie an Freunden fehlen Im Inneren wird er stets Ruhe erhalten solange von außen alles sichergestellt ist Es sei denn dass eine Verschwörung entstünde und wird er von außen angegriffen hat aber alles abgeordnet und so gehandelt wie ich gesagt habe so wird er bleibt er sich selbst nur getreu alle Unfälle abwehren so wie es Nabis dem Spartaner gelang aber von den Untertanen ist auch bei äußerster Ruhe eine Verschwörung zu fürchten gegen welche der Fürst sich 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 wenn er Hass und Verachtung vermeidet und das Volk zufrieden stellt dies ist unbedingt notwendig wie gezeigt worden ist eines der kräftigsten Mittel gegen Verschwörungen ist es allgemeinen Hass und Verachtung des Volkes zu vermeiden denn wer Verschwörungen anzettelt glaubt immer durch den Tod des Fürsten das Volk zufriedenzustellen wer hingegen weiß dass er dieses dadurch beleidigen wird wagt es nicht solche Dinge zu unternehmen denn die Schwierigkeiten aufseiten der Verschworenen sind unendlich die Erfahrung zeigt dass viele Verschwörungen gemacht wurden aber nur wenige gelungen sind denn wer sie unternimmt kann allein nichts ausrichten Hilfe kann er nur bei denen suchen der für unzufrieden hält sobald du aber einem Missvergnügten deine Absichten entdeckt hast so gibst du ihm das Mittel seine eigenen Wünsche zu befriedigen denn er mag sich von der Verräterei des Anschlags allen Vorteil erhoffen wenn er sicheren Gewinn von dieser Seite sieht und von der anderen Ungewissheit und Gefahr so muss er eine seltene Treue der Freundschaft gegen seinen Mitgenossen oder eingewurzelten Hass gegen den Aufseiten der Verschworenen gibt es nichts als Furcht Eifersucht und Argwohn welche alles lähmen Aufseiten des Fürsten sind das Ansehen der fürstlichen Würde die Gesetze der Schutz der Freunde und der öffentlichen Gewalt so dass wenn hier noch die Zuneigung des Volks hinzukommt es unmöglich ist dass jemand so tollkühn sein könnte eine Verschwörung anzufangen Gewöhnlich haben die Verschworenen vor der Ausführung ihres Anschlags Übles zu fürchten Nach derselben müssen sie selbst dann noch wenn alles gelungen ist das Volk fürchten und es bleibt ihnen daher keine Zuflucht Ich könnte dazu unzählige Beispiele anführen Es ist aber mit einem genug welches sich zur Gedenkzeit unserer Väter ereignet hat Annibal Bentivoglio Fürst von Bologna und Großvater des jetzt lebenden Herrn Annibal wurde von der Partei der Canni in eine Verschwörung ums Leben gebracht Er hinterließ ein einziges Kind in den Windeln den Giovanni Gleich nach dem Mord stand das Volk auf und brachte die ganze Partei der Verschworenen um Das war die Wirkung der Zuneigung des Volks von Bologna gegen die Familie Bentivoglio welche damals so groß war dass die Bolognaser in Ermangelung eines anderen aus der Familie der nach Annibals Tod den Staat hätte regieren können nach Florenz kamen wo ein Sprössling des Hauses Bentivoglio sich aufhielt der 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 Sohn eines Schmieds galt um diesem die Regierung zu übertragen die er auch wirklich geführt hat bis Giovanni das hinreichende Alter erreicht hatte ich schließe also dass ein Fürst Verschwörungen wenig zu fürchten hat solange ihm das Volk gewogen ist wenn er demselben aber verhasst ist so muss er alles und jeden Menschen fürchten Wohlgeordnete Staaten und weise Fürsten waren daher immer mit der größten Sorgfalt darauf bedacht dass die Großen nicht in Verzweiflung fallen das Volk aber zufrieden bleibe denn dieses ist eine der wichtigsten Sorgen des Regenten unter den wohlgeordneten und gut regierten Reichen unserer Zeit ist Frankreich zu nennen wo sich unzählige gute Anstalten finden von denen die Sicherheit und die Freiheit des Königs abhängt unter diesen steht das Parlament und sein Ansehen an erster Stelle wer dieses gegründet hat kannte den Übermut der Großen und ihre Dreistigkeit er sah die Notwendigkeit ihnen einen Zaum anzulegen auf der anderen Seite kannte er den Hass des Volkes gegen die Großen der von der Furcht her rührt um dasselbe zu beschützen dem König aber die üblen Folgen abzunehmen die von den Großen zu befürchten waren wenn er das Volk begünstigte und vom Volk sobald er die Großen begünstigte so ordnete einen dritten Richter an der ohne Nachteil für den König die Großen niederhalten und das Volk schützen konnte es ließ sich keine bessere Ordnung für die Sicherheit des Reichs und des Königs ausdenken hieraus ist noch eine weitere Lehre zu ziehen die Fürsten müssen alle harten Maß Regeln durch andere ausführen lassen Gnadensachen aber für sich selbst behalten Ferne schließe ich dass ein Fürst den Großen mit Achtung begegnen solle jedoch ohne das Volk zum Hass zu reizen es mag vielleicht manchem scheinen dass das Beispiele der römischen Kaiser diesem widerspreche dadurch mehrere die vortrefflich regiert und vorzügliche Kraft des Geistes gezeigt hatten durch Verschwörungen den Thron oder gar das Leben verloren haben um diesem Einwurf zu begegnen will ich die Charaktere ein iger Imperatoren durchgehen und die jeweiligen Ursachen ihres Falles anzeigen welche demjenigen nicht widersprechen was ich oben gesagt habe dabei werde ich zum Teil an Dinge erinnern die dem der die Geschichte jener Zeit studiert bemerkenswert sein müssen es ist für mich hinreichend die Imperatoren durchzugehen welche von Marcus Antonius an bis zu Maximus regiert haben Marc Aurel sein Sohn Commodus Petrinax Julianus Severus sein Sohn Antonius Caracalla Macrinus Heliogabal Alexander und Maximus Zuerst zu bemerken dass wenn in anderen Reichen nur der Ehrgeiz der Großen und die Zügellosigkeit des Volkes zu bekämpfen sind die römischen Imperatoren noch eine dritte Schwierigkeit vor sich fanden welche in der Habsucht und der Wildheit der Kriegsmacht bestand Die Sache hat solche Schwierigkeit dass sie zur Ursache des Untergangs einiger Kaiser wurde weil es schwer ist die Soldaten und das Volk zugleich zufrieden zu stellen denn das Volk wünscht Ruhe und liebt deswegen die Fürsten von gemäßigter Denkungsart die Soldaten aber lieben kriegerische übermütige grausame und raubsüchtige Fürsten sie verlangen Personen von solcher Gemütsart zu Imperatoren um doppelten Sold zu erhalten und ihre Gier und ihre grausame Gemütsart zu befriedigen daher mussten alle Imperatoren die nicht von Natur aus oder durch ihre Bestrebungen sich ein Ansehen zu verschaffen wussten welches alle jene im Zaum zu halten vermochte zugrunde gehen die meisten von ihnen insbesondere solche die aus dem Privatstand waren bemühten sich wenn sie diese Schwierigkeiten fühlten nur die Soldaten zufriedenzustellen und achteten wenig auf die Bedrückung des Volkes dies war notwendig denn wenn Fürsten es nicht vermeiden können den Hass des einen oder anderen Teils auf sich zu laden so müssen sie doch alle Sorgfalt darauf verwenden dass es nicht von beiden Seiten zugleich geschehe ist es einmal unvermeidlich von einer Partei gehasst zu werden so sei es doch wenigstens nicht von der mächtigsten die die Imperatoren welche zur neuen Herrschaft aufstiegen und deshalb außerordentlicher Gunst bedurften machten sich daher lieber einen Anhang unter den Soldaten als im Volk welches ihnen aber doch nur insofern etwas nützte als ihr Ansehen bei jenen zu erhalten vermochten aus diesen Ursachen nahmen diejenigen welche von milder Gemütsart Gerechtigkeitsliebend der grausam abgeneigt menschenfreundlich und leutselig waren nämlich Markus Pertinax und Alexander mit Ausnahme des Markus ein gewaltsames Ende allein Markus lebte und starb geehrt weil er durch das Erbrecht den Thron bestiegen hatte und ihn weder den Soldaten noch dem Volk verdankte außerdem war er durch so viele Tugenden ehrwürdig wusste beide Stände während seiner ganzen Regierung in ihren Grenzen zu halten und machte sich nie verhasst oder verächtlich Pertinax aber wurde gegen den Willen der Soldaten gewählt welche unter Kommodus an Zügellosigkeit gewöhnt waren und das ordentliche Leben welches Pertinax einführen wollte unerträglich fanden dies erzeugte Hass dazu kam die Geringschätzung wegen seines Alters und so ging er gleich nachdem er die Regierung angetreten hatte zugrunde Es ist bemerkenswert dass Hass sowohl durch gute Handlungen als auch durch schlechte erregt werden kann Ein Fürst der sich auf dem Thron erhalten will darf daher oft wie ich bereits gesagt habe nicht gut handeln denn wenn die Masse seines Volkes oder Kriegsheers oder die Großen seines Reiches deren er bedarf um sich zu halten verdorben sind so muss er wohl ihrem Sinne folgen und sie zu Frieden stellen wozu die rechtsschaffendsten Handlungen oft schädlich sind um aber auf Alexander zu kommen dieser war so gütig gestimmt dass man unter anderem Lob das ihm erteilt wird bemerkt er habe während seiner 14 jährigen Regierung keinen Menschen töten lassen ohne dass er verurteilt worden war dennoch fiel er in Geringschätzung weil er für weibisch galt und Mutter regieren es entstand eine Verschwörung der Soldaten gegen ihn durch welche er ums Leben kam nunmehr wollen wir die entgegengesetzten Charaktere des Komodus Severus Antonius Caracalla und Maximinus betrachten wir finden sie höchst raubsüchtig und grausam um die Soldaten zu befriedigen enthielten sie sich keiner Art von Misshandlung des Volts dennoch kamen sie sämtlich mit alleiniger Ausnahme des Severus gewaltsam ums Leben Severus hatte ein so tapferes Gemüt dass er obwohl er das Volk sehr drückte die Herrschaft dadurch glücklich zu behaupten vermochte dass er die Soldaten zu Freunden behielt denn seine 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 großen Eigenschaften machten ihn den Soldaten und dem Volk so ehrwürdig dass dieses erstaunt und demütig jene aber voller Verehrung und befriedigt waren Da die Handlungen getötet die andere im Okzident wo Albinus nach der Würde des Imperators strebte er hielt es für gefährlich sich zugleich gegen beide zu stellen und beschloss daher den Niger anzugreifen den Albinus aber zu hinter gehen diesem schrieb er er selbst sei vom Senat erwählt worden wollte aber die Würde mit ihm teilen er gab ihm den Titel Cäsar und ließ ihn durch den Senat zu seinem Kollegen erwählen Albinus nahm dieses für ernst als Severus aber den Niger besiegt und den Orient beruhigt hatte kehrte er nach Rom zurück und beschwerte sich im Senat Undank des Albinus der ihm verräterischer Weise nach dem Leben getrachtet habe und den er wegen seiner Undankbarkeit züchtigen müsse er suchte ihn daraufhin in Frankreich auf und nahm ihm Würde und Leben wer diese Geschichte aufmerksam erwägt wird den mutigsten Löwen und den schlauesten Fuchs erkennen man wird sehen wie er von allen gefürchtet und geehrt wurde und beim Kriegsherr nicht verhasst war Man darf sich nicht wundern dass dieser neue Fürst die Herrschaft zu behaupten verstand da er sich durch einen großen Ruf beständig gegen den Hass zu wehren wusste den seine Neuerungen beim Volk hätten erzeugen können Sein Sohn Antonius hatte ebenfalls ausgezeichnete Eigenschaften und wurde deswegen vom Volk bewundert Bei den Soldaten aber war er beliebt weil er kriegerisch war alle Strapazen ertragen konnte und köstliche Speisen sowie alle anderen Wollüste verachtete welches ihm die Zuneigung aller Armeen erwarb Seine Wildheit und seine Grausamkeit aber waren so unerhört dass er bei verschiedenen Gelegenheiten einen großen Teil des Volkes von Rom und alle Bewohner von Alexandrien Tötete Dadurch wurde er in der ganzen Welt verhasst und flößte auch denen die um ihn waren Furcht ein so dass ein Zenturio ihn mitten in seiner Armee umbrachte Hierbei ist zu bemerken dass die Fürsten solchen gewaltsamen Tod durch die Hand eines entschlossenen Mannes gar nicht vermeiden können Denn jeder kann eine solche Tat vollbringen wenn er nur sein eigenes Leben nicht achtet Doch hat der Fürst sie eben nicht zu fürchten weil solche Handlungen äußerst selten sind Er muss sich nur davor hüten diejenigen die um ihn sind und deren er sich in Regierungsgeschäften bedient gröblich zu beleidigen wie Antonius es tat der einen Bruder des Centurio hatte töten lassen und ihm selbst täglich drohte ihm trotzdem aber die Leibwache anvertraute Das war tollkühn und musste ein schlechtes Ende nehmen wie es auch in Wahrheit geschehen ist Wir kommen zum Kommodus der die Herrschaft gar leicht hätte behalten können die er als Sohn des Markus geerbt hatte Er hätte nur in die Fußstapfen seines Vaters treten müssen so hätte er Volk und Soldaten Genüge getan Da er aber ein grausames und tierisches Gemüt hatte veranlasste er selbst in der Armee allerlei Komplotte und ließ sie zügellos werden um seine Raubgier zu befriedigen und das Volk auszublündern Auf der anderen Seite behauptete er seine Würde schlecht indem er oft ins Theater herabstieg um mit Gladiatoren zu kämpfen und andere Dinge vornahm die der kaiserlichen Würde schlecht anstanden Er wurde also bei den Soldaten verächtlich Auf einer Seite gehasst und auf der anderen verachtet fiel er eine Verschwörung zum Opfer Schließlich ist noch von Maximinus zu reden Dieser war höchst kriegerisch und da die Armeen einen Widerwillen gegen das weibische Wesen des Alexander bekommen hatte von dem ich oben geredet habe töteten sie diesen und wählten jenen zum Kaiser welcher jedoch nicht lange blieb Zwei Dinge machten ihn verhasst und verachtet das eine ist seine niedrige Herkunft da er in Thrakien das Vieh gehütet hatte welches allgemein bekannt war und ihn in allen Augen herabsetzte das andere das er am Anfang seiner Herrschaft aufschob nach Rom zu gehen und Besitz von der Kaiserlichen Würde zu nehmen und daneben in üblen Ruf geriet weil er durch seine Stadthalter in Rom und anderen Orten viele Grausamkeiten hatte verüben Willen über seine niedrige Herkunft und andererseits voller Hass und Furcht wegen seines wilden Gemüts war so verschwor sich zunächst der Senat dann ganz Rom und endlich ganz Italien gegen ihn hinzu kam sein eigenes Heer welches im Lager von Aquilea Schwierigkeiten bei der Belagerung fand seiner Grausamkeit überdrüssig wurde und ihn da es sah dass ihn die ganze Welt hasste umbrachte Ich will weder von Heliogabal noch von Macrinus und Julianus reden welche so niedrige Geschöpfe waren dass sie sofort zugrunde gingen sondern ich komme zum Schluss und sage dass die Fürsten unserer Zeit sich weniger in jener Verlegenheit befinden auf außerordentliche Mittel denken zu müssen um die Soldaten zu befriedigen wenn gleich auf diese Rücksicht genommen werden muss so hat es doch damit so viel nicht auf sich denn die heutigen Fürsten haben keine Heere beisammen die mit der Regierung und Verwaltung der Provinzen so sehr verwoben wären wie die römischen war es damals nötig eher das Kriegsherr als das Volk zu befriedigen weil jenes mächtiger war als dieses so ist es gegenwärtig für alle Fürsten mit Ausnahme der Sultane von Konstantinopel und Ägypten notwendiger das Volk zu Frieden zu stellen weil selbiges heutzutage mehr vermag als die Soldaten ich nehme den türkischen Kaiser aus der ungefähr 12.000 Mann zu Fuß und 15.000 zu Pferde hält von denen die Sicherheit und Stärke seines Reichs abhängt und die er daher notwendig ohne alle Rücksicht auf die anderen Untertanen zu Freunden behalten muss Ebenso ist es mit dem Sultan von Ägypten der ganz in den Händen seiner Soldaten ist und diese daher zu Freunden behalten muss koste es was es wolle Es ist dabei zu bemerken dass dieser Sultan von allen anderen Fürsten verschieden ist und Ähnlichkeit mit dem Papst hat der weder Erbfürst ist noch für einen neuen Fürsten gelten kann denn es werden jedes Mal nicht die Söhne des verstorbenen Regenten Erben und Nachfolger sondern der Fürst wird von denen gewählt die dazu befugt sind Da diese Ordnung der Dinge so alt ist so kann es nicht für eine neue Herrschaft gelten in dem keine von den Schwierigkeiten vorhanden ist die an neu errichtetes Fürstentum drücken Wenn gleich der Fürst aus dem Privatstand zu der Würde erhoben wird so sind doch die Anordnungen alt und alles darauf eingerichtet ihn als einen Erbfürsten zu empfangen Um auf meine Behauptung zurückzukommen so wird jeder der die obige Erzählung erwägt einsehen dass Hass und Verachtung die Ursachen des Untergangs jener Imperatoren gewesen sind Es wird dadurch begreiflich wie es zugegangen ist dass da einige auf diese andere auf entgegengesetzte Weise gehandelt hatten dennoch einige von jenen und einige von diesen ein glückliches andere ein unglückliches Ende genommen haben Dem Petrinax und Alexander half es nichts den Markus nachzuahmen weil sie sich auf den Thron geschwungen hatten dieser aber ein Erbfürst war Dem Karkala Komodus und Maximus war es sehr nachteilig es so zu machen wie Severus weil es ihnen an den erforderlichen Tugenden fehlte um in seine Fußstapfen zu treten ein neuer Fürst kann den Markus nicht nacheifern und braucht nicht dem Severus zu folgen sondern er muss vom Severus annehmen was nötig ist um seine Herrschaft zu gründen von Markus aber das was ruhmwürdig und nützlich ist um einen bereits fest gegründeten Staat zu erhalten Ob Festungen und andere Sicherheitsvorkehrungen den Fürsten nützlich oder schädlich sind einige Fürsten haben ihre Untertanen entwaffnet um ihre Herrschaft zu sichern andere haben es darauf angelegt dass die Parteien in den ihnen unterworfenen Städten fortdauern sollten andere haben Feindschaft gegen sich selbst unterhalten und wieder andere haben sich bemüht diejenigen welche ihnen zu Anfang verdächtig waren zu gewinnen einige haben Festungen erbaut andere haben sie niedergerissen und zerstört ob gleich über alle diese Dinge kein allgemeines Urteil statthaft ist sondern es stets auf die besonderen Umstände des Staates ankommt in welchem eine Entschließung zu fassen ist so will ich doch im Allgemeinen so viel davon reden es ist einem neuen Fürsten niemals zuträglich gewesen seine Untertanen zu entwaffnen vielmehr hat ein solcher sie allemal mit Nutzen bewaffnet wenn er sie unbewaffnet fand denn wenn er sie bewaffnet so werden diese Waffen sein verdächtige treu werden die getreuen können sich erhalten und die Untertanen werden Anhänger ihres Herrn da es aber unmöglich ist alle Untertanen zu bewaffnen so sind diejenigen welche dazu ausersehen werden mit gewissen Vorzügen auszuzeichnen mit den anderen aber kann man ganz sicher nach Belieben verfahren diese Verschiedenheit in der Behandlung sichert die Ergebenheit derer die bevorzugt werden die anderen aber entschuldigen das Verfahren weil sie die Notwendigkeit einsehen diejenigen welche mehr Verpflichtung und Gefahr übernehmen zu belohnen wer hingegen damit anfängt das Volk zu entwaffnen beleidigt es und zeigt Misstrauen in ihrer Mute und ihrer Treue solche Gesinnungen erregen beide Hass weil der Fürst nicht ganz ohne Kriegsmannschaft sein kann so muss er zu Mietstruppen greifen von deren Beschaffenheit oben gesprochen worden ist aber auch wenn diese tadellos wären so kann man doch ihrer nicht genug unterhalten um sich gegen mächtige Feinde und verdächtige Untertanen zugleich zu verteidigen neue Fürsten haben daher allemal wie ich bereits gesagt habe in ihren neu erworbenen Ländern Kriegsmannschaft eingeführt die Geschichte ist voll von solchen Beispielen wenn aber ein Fürst ein Land erwirbt welches als ein neues Glied mit seinen Besitzungen im alten Staatskörper vereinigt wird so ist es notwendig diese Provinz zu entwaffnen und zwar mit alleiniger Ausnahme derjenigen die sich bei der Eroberung für ihn erklärt haben und auch bei diesen ist es ratsam sie mit der Zeit und bei guter Gelegenheit schlaff und weichlich zu machen und die Sachen so einzurichten dass alle Soldaten aus dem alten Land kommen unter unseren Vorfahren pflegten die Weisesten zu sagen die Herrschaft über Pistoia müsse durch innere Uneinigkeit diejenige über Pisa aber durch Festungswerke behauptet werden sie unterhielten daher in jener untergebenen Stadt die inneren Zwistigkeiten um sie sicherer zu beherrschen dieses mochte zu der Zeit gut sein als ein gewisses Gleichgewicht in Italien vorhanden war gegenwärtig aber scheint mir der Ratschlag nicht mehr tauglich ich glaube vielmehr dass aus angestifteten Uneinigkeiten niemals Gutes kommt vielmehr müssen Städte die innerlich entzweit sind bei Annäherung eines Feindes bald fallen denn der schwächste Teil wird sich immer an den auswärtigen Feind hängen der andere aber nicht dazu imstande sein sich zu behaupten Diese Ursachen haben wie mir scheint die Venezianer bewogen die Parteien der Guelfen und Giebelinen in den ihnen unterworfenen Städten zu unterhalten wenn gleich sie es nicht bis zum Blutvergießen kommen lassen so schürten sie doch diese Zwistigkeiten damit die Bürger beschäftigt und davon abgehalten würden sich gegen sie aufzulehnen Dieses schlug aber nicht so aus wie beabsichtigt war denn kaum waren sie bei Valia geschlagen so fasste eine der Parteien Mut und stürzte die venezianische Herrschaft Ein solches Verfahren deutet allemal die Schwäche des Fürsten an Unter einer kräftigen Herrschaft werden solche Uneinigkeiten nicht gestattet weil sie nur im Frieden zu etwas nützen können indem sie dazu dienen die Untertanen nach Gefallen zu behandeln entsteht aber Krieg so tritt doch zu Tage wie trügerisch eine solche Art zu regieren ist ohne Zweifel dient es der Größe eines Fürsten Schwierigkeiten und Widerstand zu überwinden wenn das Schicksal einen neuen Fürsten der unstreitig eines guten Rufs mehr Bedarf als einem Erbfürst groß machen will so erweckt es ihm Feinde und reizt dieselben zu Unternehmungen gegen ihn damit er sie zu Schaden mache und auf der Leiter die ihm seine Feinde solcher Gestalt zutragen noch höher steige es haben daher einige geurteilt dass ein weiser Fürst sofern sich die Gelegenheit bietet einige Feinde schlauerweise anfeuern müsse um durch ihre Fürsten und insbesondere Neue haben mehr Treue bei denen gefunden und mehr Nutzen von denen gezogen die ihnen im Anfang verdächtig waren als bei denen die sich gleich anfangs auf ihre Seite schlugen Pandolfo Petruccio Fürst von Siena regierte seinen Staat mehr durch jene als durch die anderen aber es ist nicht viel davon zu sagen weil es allein auf die Umstände ankommt Ich will nur noch dieses Einzige anführen dass diejenigen welche eine Herrschaft anfangs Feind waren sofern sie so beschaffen sind dass sie sich nicht ohne Unterstützung halten können vom Fürsten leicht gewonnen werden und dazu genötigt sind ihm treuere Dienste zu leisten da sie einsehen dass sie etwas tun müssen um die nachteiligen ersten Eindrücke auszulöschen Der Fürst zieht also von ihnen größeren Nutzen als von denen welche sich in seinem Dienst ganz sicher halten und daher seine Sache vernachlässigen Da der Gegenstand es erfordert darf ich es nicht versäumen die Fürsten die ein Land durch Hilfe ihrer Anhänger unter den Einwohnern erworben zu erinnern dass sie wohl erwägen welche Ursachen jene dazu bewogen haben es mit ihnen zu halten Ist dies nicht aus einer natürlichen Zuneigung sondern bloß aus Missvergnügen am vorigen Zustand der Dinge geschehen so wird man sie mit aller Mühe schwerlich zu Freunden behalten weil es beinahe unmöglich ist sie zu Frieden zu stellen Wenn man alte und neue Geschichten erwägt so wird man finden dass es leichter ist die jenigen zu gewinnen welche bei dem vorigen Zustand der Dinge zu als diejenigen welche unzufrieden waren und diesen deswegen begünstigten Die Fürsten pflegen wohl zu ihrer Sicherheit Festungen anzulegen welche ihnen als Zaum und Gebiss ihrer Gegner dienen und bei einem Überfall eine Zuflucht für den ersten Anlauf anbieten Ich kann diese Weise nicht missbilligen da es von Alters her so geschehen ist Doch hat Herr Niccolo Vitelli zu unserer Zeit in Cittar di Castello zwei Burgen niedergerissen um diesen Ort zu behaupten Guido Ubaldo Herzog von Urbino zerstörte nach seiner Rückkunft in sein Land aus welchem ihn Cesare Borgia vertrieben hatte alle festen Plätze in demselben weil er es auf diese Art leichter zu behaupten dachte Ebenso machten es die Bentivuglio nach ihrer Rückkehr in Bologna Festungen sind daher nach Umständen nützlich oder schädlich und wenn sie auf einer Seite helfen so schaden sie auf der anderen dies beruht auf folgendem der Fürst der mehr sein eigenes Volk als Fremde zu fürchten hat muss Festungen anlegen wer sich aber mehr vor Fremden als vor seinen eigenen Leuten fürchtet unterlasse es dem Hause Sforza hat das Kastell von Mailand welches Francesco Sforza erbaut hat mehr Schaden getan als irgendein anderer Umstand die beste Festung ist die seinem Volk nicht verhasst zu sein denn wen das Volk hasst dem helfen Festungen nicht weil es nie an Fremden fehlt die dem Volk zu Hilfe kommen sobald es die Waffen ergriffen hat zu unseren Zeiten hat man kein Beispiel gesehen wo sie einem Fürsten Nützen gebracht hätten außer der Gräfin von Furli welche sich bei einem Volksaufstand nach dem Tod ihres Gemals des Grafen Girolamo da hinein rettete bis Hilfe von Mailand kommen konnte und sie wieder einsetzte dabei verstatteten die damaligen Umstände den Fremden nicht dem aufrührerischen Volk zu Hilfe zu kommen später aber als Cesare Borgia sie angriff und das Volk sich mit dem Fremden gegen sie verbannt diente die Festung zu nichts allemal wäre es ihr mehr wert gewesen von ihrem Volk nicht gehasst zu werden als Festungen zu haben in Erwägung alles dessen will ich gern denjenigen loben der Festungen anlegt und den der keine anlegt Tadler aber denjenigen der sich darauf verlässt und deswegen den Hass des Volkes nicht achtet wie ein Fürst sich zu betragen hat um großen Ruhm zu erwerben nichts erwirbt einem Fürsten so viel Achtung wie große Unternehmungen und glänzende Handlungen zu unserer Zeit haben wir den Fernando König von Aragonien gegenwärtigen König von Spanien derselbe kann gewissermaßen für einen neuen souverän gelten weil er durch den Ruhm seiner Taten von einem schwachen Fürsten zum ersten Monarchen der Christenheit geworden ist wenn man seine Handlungen betrachtet so findet man in allen Größe einige aber sind ganz außerordentlich zu Anfang seiner Regierung griff er Granada an diese Unternehmung war die Grundlage seiner Größe anfangs vollführte er sie ganz gemächlich und brauchte nicht zu befürchten darin gehindert zu werden er beschäftigte damit die kastilischen Barone welche dadurch davon abgehalten wurden auf Neuerungen zu Hause zu denken und er warb sich selbst unvermerkt großes Ansehen und Macht über sie er vermochte es seine Armee mit dem Geld der Kirche und seines Volkes zu unterhalten und legte durch diese langen Feld züge einen guten Grund zu der Kriegsmacht welche ihm in der Folge zu so großer Ehre verhalf außerdem aber übte er um zu größeren Unternehmungen schreiten zu können unter beständigem Vorwand der Religion eine fromme Härte aus indem er die Mauern vertrieb ein schrecklicheres und selteneres Ereignis gibt es nicht Unter gleichem Vorwand fiel er in Afrika ein versuchte seinen Feldzug in Italien griff endlich Frankreich an so beschäftigte er sich beständig mit großen Entwürfen welche unaufhörlich seine Untertanen in der Erwartung ihres Ausgangs und in Bewunderung erhielten diese seine Handlungen entsprangen eine aus der anderen und zwar so dass gar nicht dazwischen zu kommen und keine Zeit war dagegen zu wirken ferner ist es einem Fürsten sehr ersprießlich in der inneren Verwaltung auffallende Dinge zu tun so wie vom Herrn Bernhard von Mailand erzählt wird wenn nämlich Gelegenheit entsteht irgendjemanden wegen außerordentlicher Dinge im Guten oder Bösen auf solche Art zu belohnen oder zu bestrafen dass davon viel geredet wird vor allen Dingen muss ein Fürst in jeder seiner Handlungen den Ruf des Großen und Hervorstechenden suchen noch erweckt es große Hochachtung gegen einen Fürsten wenn er sich als ein ernstlicher Freund oder Feind beweist wenn er also ohne alle Bedenklichkeit entscheidende Partei nimmt Das bringt stets mehr Ruhm als neutral zu bleiben denn wenn zwei mächtige Nachbarn in Streit geraten so hast du von dem Sieger etwas zu befürchten oder nicht In beiden Fällen ist es besser hervorzutreten und ernstlich Anteil zu nehmen denn im ersten Falle wird derjenige der sich nicht bloß geben wollte allemal eine Beute des Siegers zur größten Zufriedenheit des Überwundenen und es bleibt keine andere Zuflucht mehr offen denn der Sieger will keine verdächtigen Freunde die ihm in der Gefahr nicht beistehen der Besiegte bietet demjenigen keine Zuflucht an der in den Zeiten des Kampfes einzugreifen sich geweigert hat Antiochus hatte sich von den Ätholien dazu bewegen lassen nach Griechenland zu kommen um die Römer zu bekämpfen er die Achäer welche Freunde der Römer waren um sie dazu bewegen Zuschauer zu bleiben auf der anderen Seite redeten ihnen die Römer zu die Waffen für sie zu ergreifen als dies in der Versammlung der Achäer zur Beratung kam so antwortete der römische Gesandte dem Botschafter des Antiochus der zur Neutralität mahnte folgendes wenn es euch als der beste und nützlichste Ausweg empfohlen wird neutral zu bleiben so bedenkt dass euch nichts Nachteiligeres angegeben werden könnte denn wenn ihr am Krieg keinen Anteil nehmt so werdet ihr ohne Dank und ohne Ehre eine Beute des Siegers werden Es wird immer so kommen dass der jenige der mit dir nicht gut steht dich ersuchen wird neutral zu bleiben der andere aber wird dich bitten ihn zu schützen unentschlossene Fürsten schlagen meistenteils diesen Weg der Neutralität ein und gehen auch meistenteils darüber zugrunde macht aber ein Fürst ernstlich gemeinte Sache mit einem Teil und dieser trägt den Sieg davon so bleibt er freilich abhängig von dem selben jedoch sind die Fäden der Dankbarkeit angeknüpft und die Menschen sind nicht so verräterisch dass sie die Undankbarkeit bis dahin treiben würden ihren Anhänger sogleich zu unterdrücken Auch ist der Sieg selten so vollständig dass der Sieger nicht allerlei Rücksichten nehmen müsste und zwar vorzüglich auf die Gerechtigkeit Wenn aber der Teil zu dem du dich geschlagen hast unterliegt so steht er dir doch bei und du hast einen Freund mit dessen Beihilfe du vielleicht wieder empor kommen kannst Im zweiten Fall wo die streitenden Parteien einander so gleich sind dass vom Sieger nichts zu fürchten ist ist es so viel klüger Partei zu nehmen weil sonst einer zugrunde gerichtet wird dem ein kluger Zuschauer viel mehr beistehen würde Siegt er so behältst du ihnen Händen und es ist fast unmöglich dass derjenige dem du beistehst nicht den Sieg davon trägt hier ist noch bemerkenswert dass ein Fürst sich niemals mit einem mächtigeren verbinden muss um über einen dritten herzufallen außer im Fall der Not denn wenn er siegt so bist du in seiner Gewalt dies ist aber vor allen Dingen zu vermeiden die Venezianer verbanden sich mit Frankreich gegen den Herzog von Mayland dies geschah unnötigerweise und sie gingen darüber zugrunde wenn es aber unvermeidlich ist so wie es bei den Florentinern der Fall war als der Papst und die Spanier die Lombardei überzogen so muss man freilich wohl diesen Entschluss fassen kein Staat glaube jemals mit Sicherheit auf etwas zählen zu können sondern rechne beständig auf die Ungewissheit aller Dinge denn die Welt ist so beschaffen dass man allemal einer Unbequemlichkeit entgeht in eine andere aber hineingerät die Klugheit besteht darin unter ihnen auszuwählen und die geringste auszusuchen ferner noch muss ein Fürst Liebe zu ausgezeichneten Eigenschaften beweisen und vorzügliche Männer eines jeden Faches ehren er muss seine Bürger anfeuern dass sie sich ernstlich in ihrem Gewerbe anstrengen sei es im Handel beim Ackerbau oder in einem anderen Gewerbe dass sie nicht fürchten das was sie erworben haben auch zu genießen dass sie ihre Besitzungen nicht aus Furcht sie zu verlieren vernachlässigen oder aus Furcht vor neuen Steuern den Handel nicht vorantreiben vielmehr muss er jeden dazu ermuntern und denjenigen der der Stadt oder dem Staat auf irgendeine Art förderlich ist belohnen sein Volk muss er zu den gehörigen Zeiten im Jahr mit Festlichkeiten und Schauspielen beschäftigen und da jede Stadt aus Zünften besteht sollte er diese Ehren ihren Zusammenkünften zu schicklichen Zeiten beiwohnen und sich menschenfreundlich und freigebig erweisen dabei aber seine Würde in allen Dingen behaupten welche niemals vernachlässigt werden darf von den Ministern Die Wahl seiner Räte ist keine der geringsten Angelegenheiten eines Fürsten und fällt gut oder schlecht aus je nachdem er wohl überlegt oder nicht Man urteilt zunächst über ihn und über seinen Verstand aufgrund dessen wie die Personen beschaffen sind die ihn umgeben Sind sie der Sache gewachsen und getreu so wird er immer für einen weisen Mann gelten weil er sie als das erkannte was sie waren und sie treu zu erhalten wusste Ist das nicht so dann kann man über ihn kein günstiges Urteil fällen wenn er in dieser ersten Angelegenheit Fehler begeht Wer nur den Antonio von Venafro den Minister des Pandolfo Petrucci Fürsten von Siena kannte musste diesen für einen Mann von Verstand halten weil er jenen zu seinem Minister erwählte Es gibt drei Arten von Köpfen Die erste sieht alles von selbst ein Die zweite begreift es wenn andere die Sache darlegen Die dritte sieht nichts ein weder von selbst noch durch die Bemühungen anderer Die ersten Köpfe sind die vorzüglichsten Die zweiten sind noch immer vortrefflich Die letzte Art ist aber zu nichts zu gebrauchen Pandolfo gehörte nicht zu der ersten wohl aber zu der zweiten Klasse Denn wer nur den Verstand hat Gutes und Schlechtes das andere sagen und tun zu unterscheiden kann wenn er schon selbst keinen erfinderischen Geist besitzt die Handlungsweise seiner Minister beurteilen Tüchtige erheben und andere zurückziehen Kein Minister kann ihn hintergehen und er erhält sich Folgendes ist ein untrügliches Mittel um Minister zu beurteilen Sieht man dass einer mehr an sich als an seinen Herren denkt und in allen seinen Handlungen seinen persönlichen Vorteil vor Augen hat so wird dieser nie ein guter Ratgeber sein noch kann man ihm trauen Denn wer einmal die Angelegenheiten einer Regierung in Händen hat darf nicht mehr an sich sondern muss an seinen Fürsten denken und alles in Beziehung auf diesen betrachten Auf der anderen Seite wiederum muss der Fürst an ihn denken ihm Ehre und Reichtum zuwenden ihn sich verbinden und an der Ehre und der Führung der Geschäfte teilnehmen lassen sodass er sehe er könne ohne den Fürsten nicht bestehen so viel Auszeichnung habe dass er nicht nach höherer strebe des Reichtums so viel dass er nicht noch mehr begehre und in so hohen Ämtern stehe dass er jede Staatsveränderung fürchten muss wenn also Minister so beschaffen sind und von dem Fürsten so behandelt werden dann können beide einander trauen sonst aber wird es sicher mit dem einen oder dem anderen ein schlechtes Ende nehmen schmeichler sind zu meiden ein Kapitel von größter Wichtigkeit kann ich nicht übergehen da es einen Fehler betrifft in den Fürsten leicht verfallen wenn sie nicht sehr viel Verstand haben und nicht gut zu wählen wissen dies behandelt nämlich die schmeichler es gibt gar kein anderes mittel um sich gegen die schmeichlerei zu sichern als wenn man zeigt dass man die Wahrheit hören kann ohne dadurch beleidigt zu werden darf aber jeder dir die Wahrheit sagen so verletzt er die ehrfurcht ein kluger Fürst muss daher einen dritten Weg einschlagen gescheite Leute auswählen diesen allein erlauben ihm die Wahrheit zu sagen aber doch nur über solche Gegenstände über die er sie befragt er muss sie aber über alles befragen ihre Meinung hören und dann selbst seinen Entschluss fassen diesen Ratgebern gegenüber muss er sich so verhalten dass jeder sieht er werde desto mehr Gehör finden je freimütiger er spricht außer auf diese aber darf er auf niemanden hören beschlossene Sachen nicht wieder besprechen und von gefassten Beschlüssen nicht zurückgehen wer es anders macht wird entweder durch die Schmeichler ins Verderben gestürzt oder wird über die Mannigfaltigkeit der Ansichten über das häufige Wanken in seinen Entschlüssen verächtlich ich will hiervon ein Beispiel aus der neuesten Geschichte anführen Pater Luca ein vertrauter Kaiser Maximilians sagte von diesem erziehe niemanden zu rate und handle doch niemals nach seinem eigenen Sinn dies rühre daher dass er das Gegenteil von dem zu tun pflegte was hier oben angegeben ist der Kaiser sei nämlich ein verschlossener Mann er öffne niemandem seine Gedanken und frage niemanden um seine Meinung aber wenn er anfängt seine Entwürfe ins Werk zu setzen und sie sich entwickeln so finden sie auch Widerspruch bei seinen Untergebenen und da er selbst von nachgiebigem Charakter sei lasse er sich leicht davon abbringen was er an einem Tage angefangen habe vernichte er am folgenden wieder man könnte daher nie daraus klug werden was er vor habe und könnte auf seine Beschlüsse nicht bauen ein Fürst muss sich also beständig beraten aber nur dann wenn er es will nicht wenn andere es wollen er muss jedem den Mut nehmen ihm ungefragt Rat zu erteilen er muss aber häufig fragen und als dann den freimütigen Vortrag der Wahrheit gern hören und vielmehr noch zürnen wenn jemand sie ihm aus Nebenursachen vorenthält es glauben wohl einige dass manche Fürsten welche den Ruf großer Klugheit erworben haben denselben nicht ihrem eigenen Verstand sondern den guten Ratschlägen anderer verdanken aber diese irren unstreitig denn es ist eine ganz allgemeine Regel ohne Ausnahme dass ein Fürst der selbst keinen Verstand hat auch nicht guten Rat annehmen kann es sei denn dass er zufälligerweise ganz und gar von einem einzigen und zwar von einem sehr gescheiten Mann regiert würde in diesem letzteren Fall kann er wohl gut geleitet werden es dauert aber nicht lange denn ein solcher Ratgeber wird ihn bald selbst stürzen ein 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 Fürst dem es an Weisheit fehlt und der mehrere befragt wird nie übereinstimmende Ratschläge erhalten und sie ebenso wenig selbst in Übereinstimmung bringen Jeder seiner Ratgeber wird immer auf seine eigene Sache denken und der Fürst wird sie weder kennen noch in Ordnung halten Ratgeber die es anders machen sind nicht zu finden denn die Menschen sind ihrer Natur nach schlecht wenn sie nicht durch Not gezwungen werden gut zu handeln mit einem Wort gute Ratschläge sie mögen herrühren von wem sie wollen müssen von der Klugheit des Fürsten veranlasst werden durch gute Ratschläge wird kein Fürst klug gemacht wie die Fürsten Italiens ihre Herrschaften verloren haben wenn alles bisher angeführte gut beachtet wird so wird ein neuer Fürst einem alten gleich und wird geschwind so sicher und fest in seiner Herrschaft als wenn er darin aufgewachsen wäre denn die Handlungen eines neuen Fürsten werden weit mehr beobachtet als die eines Erb Fürsten erkennt man darin große Vorzüge so gewinnt dieses die Menschen und er erwirbt sich eine größere Anhänglichkeit als ein altes Geschlecht denn die Menschen sind viel mehr mit dem gegenwärtigen als mit vergangenen Dingen beschäftigt befinden sie sich wohl so sind sie damit zufrieden und verlangen nichts anderes nehmen auch ernstlich die Partei des Fürsten wenn er nur sich selbst nicht im Stich lässt Auf diese Art erwirbt er doppelten Ruhm indem er eine neue Herrschaft gegründet zu Ehren gebracht und mit guten Gesetzen tüchtiger Kriegsmacht Freunden und gutem Beispiel für andere versehen hat dagegen trifft doppelte Schande den Fürsten der eine alte Herrschaft durch Unverstand verliert wenn man aber die Geschichte derjenigen italienischen Fürsten betrachtet welche zu unserer Zeit ihre Staaten verloren haben wie den König von Neapel den Herzog von Mailand und andere so wird man zuerst einen gemeinsamen Fehler finden in den sie hinsichtlich der Kriegsmacht gefallen sind aus den oben auseinander gesetzten Ursachen ferner wird man finden dass der eine oder der andere von ihnen das Volk zum Feind gehabt oder wenn er das Volk zum Freunde hatte sich der Großen nicht versichern konnte ohne solche Fehler geht keine Herrschaft verloren welche mächtig genug ist ein Heer ins Feld stellen zu können phil phil philip philip makedonien nicht der vater alexander des großen sondern derjenige welchen titus quintius überwand hatte keinen großen staat im vergleich mit den römern und griechen die ihn angriffen dennoch hielt er es manches jahr mit ihnen aus weil er kriegerischen geist hatte das volk zu behandeln verstand und sich der großen zu versichern wusste wenn er auch die eine oder andere Stadt verlor so behauptete er sich doch in seinem königreich unsere fürsten welche eine lange jahre hindurch besessene herrschaft verloren haben mögen also nur nicht das schicksal anklagen sondern ihre eigene feigheit denn wenn sie in ruhigen zeiten nie darauf gedacht haben dass diese sich ändern können der gewöhnliche fehler der menschen bei gutem wetter nicht an den sturm zu denken und als dann wenn schlimme umstände eintreten nicht darauf denken sich zu verteidigen sondern entfliehen und hoffen dass die völker sie aus überdruss der sieger wieder zurückrufen werden so ist das ganz gut wenn gar kein anderer weg eingeschlagen werden kann aber es ist sehr übel andere Wege zu vernachlässigen und diesen vorzuziehen kein Mensch wird je mutwillig fallen in der hoffnung dass ein anderer ihm wieder aufhelfen werde mag das nun wirklich geschehen oder nicht so ist es immer höchst unsicher es hängt nicht von uns ab und ist ein niedriges Mittel nur nur die jenige verteidigung ist gut sicher und dauerhaft welche von uns selbst und unserer eigenen tapferkeit abhängt welchen Einfluss das glück auf die angelegenheiten der menschen hat ich weiß wohl dass viele erdem die meinung gehegt haben und noch jetzt hegen die begebenheiten der welt würden solcher gestalt vom glück und von gott regiert dass die menschen mit aller klugheit sie nicht verbessern und nichts dagegen ausrichten können daraus könnte man den schluss ziehen dass es nicht der mühe wert sei viel einzufädeln sondern dass man sich nur dem schicksal hingeben möge diese meinung hat in unseren tagen durch die großen veränderungen die alles erlitten hat die man noch täglich sieht und welche alle menschlichen vermutungen zu schanden machen viel gewonnen wenn ich hierüber nachgedacht habe bin ich zu zeiten geneigt gewesen mich zu derselben meinung zu bekennen weil aber doch der menschliche freie wille damit in widerspruch steht so urteile ich dass das glück wohl die hälfte aller menschlichen angelegenheiten beherrschen mag aber die andere hälfte oder doch beinahe so viel uns selbst überlassen sein müsse ich vergleiche das glück mit einem gefährlichen fluss der wenn er anschwillt die ebene überschwemmt bäume und gebäude umstürzt erdreich hier fortreist dort ansetzt jedermann flieht davor und gibt nach niemand kann widerstehen dennoch können die menschen in ruhigen zeiten vorkehrungen treffen mit deichen und wellen bewirken dass der fluss bei hohem wasser in einen kanal abfließen muss oder doch nicht so unbändig überströmt und nicht so viel schaden tut in gleicher art geht es mit dem glück welches seine macht zeigt wo keine ordentlichen gegenanstalten gemacht sind und sich mit ungestüm dahin kehrt wo keine welle und dämme vorhanden sind um es im zaum zu halten wenn wenn man italien betrachtet welches der sitz dieser großen umwälzungen gewesen ist so wird man ein ebenes feld finden ohne welle und dämme wäre dieses land durch hinlängliche kriegstugend verteidigt so wie deutschland frankreich und spanien so hätten jene überschwemmungen keine solchen umwälzungen hervorgebracht oder wären gar nicht eingetreten so viel im allgemeinen vom widerstand gegen das schicksal um mich nunmehr der sache zu nähern sage ich dass man einen fürsten heute im wohlstand und morgen zugrunde gehen sieht ohne dass er seine natur im geringsten verändert habe dies scheint mir zuerst von den ursachen her zu rühren die ich oben ausführlich erörtert habe dass nämlich ein Fürst der sich ganz auf das Glück verlässt zugrunde gehen muss sobald dies sich dreht ferner glaube ich dass es dem gut tut der in seiner handlungsweise mit dem geist der zeit zusammentrifft und dass der jenige verunglücken muss der mit den zeiten in widerspruch gerät denn man sieht die menschen ihre zwecke die sich ein jeder vorgesetzt hat sei es nun Ehre und Ruhm oder Reichtum auf verschiedene Art verfolgen einer mit Vorsicht der andere mit Ungestüm einer mit Gewalt der andere mit List einer mit Geduld der andere auf entgegengesetzte Art und jeder kann auf seine Weise dazu gelangen man sieht zwei gleich vorsichtige einem gelingt es dem anderen nicht ebenfalls gelingt es zwei verschiedenen gleich gut von denen der eine vorsichtig der andere ungestüm zu Werke geht dies rührt lediglich von der Verschiedenheit der Umstände her welche mit der Art zu Verfahren übereinstimmen oder nicht daher kommt was ich gesagt habe dass zwei entgegengesetzte Verfahrensarten zu dem gleichen Zweck führen und dass von zweien die auf gleiche Art verfahren doch einer das Ziel erreicht der andere es verfehlt eben daher kommen die Abwechslungen des Glücks denn wenn jemand sich mit Vorsicht und Besonnenheit und Geduld benimmt dazu die Umstände wohl übereinstimmen so geht alles gut von statten ändern sich Zeiten und Umstände so geht er zugrunde wenn er sein Betragen nicht ebenfalls ändert es findet sich aber nicht leicht ein zu verständiger Mann nachdem er sich zu richten vermüchte teils weil er nicht gegen seine natürliche Neigung handeln kann teils weil derjenige dem es auf einem gewissen Wege bis dahin gelungen ist sich nicht überzeugen kann dass es gut sei denselben nunmehr zu verlassen so geht es dem vorsichtigen Mann wenn es Zeit ist dreist drauf loszulegen so vermag er dies nicht und muss also zugrunde gehen hätte er seine Gemütsart mit den Zeiten und Umständen geändert so hätte das Schicksal sich nicht geändert Papst Papst II ging allen Dingen mit ungestüm zu Werke und die Zeitumstände stimmten dazu so gut dass er immerfort glücklich war man denkt nur an seine erste Unternehmung gegen Bologna als Giovanni Bentivoglio noch lebte die Venezianer waren damit nicht zufrieden der König von Spanien ebenso wie der von Frankreich dachten selbst auf eine solche Unternehmung dennoch griff er mit seinem gewöhnlichen Ungestüm die Sache an und zwar persönlich dieser kühne Schritt hielt Venedig und Spanien zurück jenes aus Furcht dieses durch die Begierde das ganze Königreich Neapel zu erobern auf der anderen Seite zog der Papst den König von Frankreich in sein Interesse indem der König sah dass der Papst einmal zugeschlagen hatte und da er selbst die Venezianer zu demütigen wünschte so glaubte er jenen nicht durch Verweigerung der Hilfstruppen offenbar beleidigen zu dürfen Julius brachte also durch seine ungestümen Bewegungen zustande was niemals ein anderer Papst durch alle menschliche Klugheit ausgerichtet hätte hätte er gezaudert von Rom aufzubrechen bis alles gehörig bestellt und alle Anstalten vorläufig getroffen wären so wie andere Papste es gemacht hatten so wäre es ihm nicht gelungen denn der König von Frankreich hätte tausend Entschuldigungen gefunden und die anderen hätten ihm tausend Besorgnisse erregt ich übergehe alle seine anderen Handlungen welche insgesamt dieser ähnlich sind und alle gelangen die Kürze seines Lebens hat nicht verstattet dass er ein feindliches Schicksal erfuhr wären aber Umstände eingetreten die ein vorsichtiges Betragen nötig machten so wäre auch er zugrunde gegangen weil er seinen natürlichen Charakter in seiner Handlungsweise nicht würde haben verleugnen können ich schließe also dass da die Glücksumstände veränderlich sind die Menschen aber bei ihrer Weise eigensinnig beharren es diesen nur so lange gut geht als beides miteinander übereinstimmt sobald aber Disharmonie darin eintritt alles missglücken muss so viel ist indessen wahr dass es allemal besser ist mutig drauf loszugehen als beständig zu sein denn das Glück ist ein Weib und wer dasselbe unter sich bringen will muss es schlagen und stoßen es lässt sich eher von dem der es so behandelt unterjochen als von dem der ruhig und kalt zu Werke geht deswegen ist es auch als ein echtes Weib den jungen Leuten gewogen weil sie weniger bedächtig sind mutiger und dreister ihnen befehlen Aufruf Italien von der Fremdherrschaft zu befreien erwägt man nun alles bisher vorgetragene und überlegt mit mir ob augenblicklich wohl in Italien die Zeitverhältnisse so sind dass man einen neuen Fürsten zu ehren bringen und dass ein tapferer und besonnener Mann eine neue Verfassung schaffen könnte die ihm selbst zum Ruhm gereichte und der Nation Vorteil brächte so scheinen mir jetzt so viele Umstände zusammen zu kommen dass nie ein günstigerer Zeitpunkt dazu vorhanden war Wie gesagt die Künste des Moses hätten sich nicht entwickeln können wenn die Juden nicht in der Dienstbarkeit Ägyptens gewesen wären Die Größe des Zyrus wäre nicht erkannt worden wenn die Perser nicht unter dem Joch der Meder gestanden hätten Um den Theseus berühmt zu machen mussten die Athener zu seiner Zeit zerstreut leben und so musste auch damit ein italienischer hoher Gast sich zeigen könne Italien so tief sinken sklavischer werden als die Juden je gewesen sind unterdrückter als die Perser zerstreuter als die Athener ohne Kopf ohne Ordnung geschlagen ausgeplündert zerrissen überrannt das italienische Volk musste auf alle Weise zugrunde gerichtet sein und wenngleich sich bisher in dem einen oder anderen einiger Schein gezeigt hat es ob er von Gott dazu berufen sei Italien zu erlösen so sind solche doch im Verfolge der Begebenheiten durch das Schicksal so zurückgeworfen worden dass Italien noch immer wie tot da liegt und dessen Hart der es von den erlittenen Schlägen kuriert der den Plünderungen und Verheerungen der Lombardei dem Aussaugen und den Erpressungen des römischen Gebiets und Königreich Neapels ein Ende machen und die durch die Länge der Zeit so tief hinein brandig gewordenen Wunden heilen wird seht wie das Volk zu Gott ruft er möge jemanden senden der es von der Grausamkeit und dem Übermut der Barbaren erlöst seht wie geneigt es ist der Fahne zu folgen wenn nur jemand da wäre der sie aufpflanzte es ist jetzt aber niemand zu finden auf den man hoffen dürfte außer in eurem erlauchten Hause welches durch seine hohen Eigenschaften und durch seinen Glücksstern und der Begünstigung Gottes und der Kirche an deren Spitze euer Geschlecht gegenwärtig steht Anführer der Befreiung werden könnte dies wird euch nicht schwer werden sofern ihr nur die von mir vorgehaltenen Beispiele vor Augen behaltet und obwohl diese von seltenen und bewunderungswürdigen Menschen herrühren so waren diese doch auch Menschen die Umstände aber waren nie günstiger als gegenwärtig ihre Unternehmungen waren weder gerechter noch leichter und auch Gott hat sich ihnen nicht günstiger bewiesen als fromme Waffen deswegen hofft auf nichts anderes als auf sie alles ist dazu vorbereitet und mithin kann es keine großen Schwierigkeiten haben wenn man nur die von mir aufgestellten Beispiele zum Muster nimmt außerdem sind Zeichen und Wunder geschehen ohne Beispiel und die von Gott kommen das Meer hat sich aufgetan eine Wolke hat euch den Weg gezeigt ein Fels hat Wasser ergossen Manna ist geregnet alles hat sich vereinigt zu eurer Größe das übrige müsst ihr selbst tun Gott tut nicht alles um der Freiheit des menschlichen Willens keinen Abbruch zu tun und uns den Teil des Ruhmes zu lassen der unsere Handlungen angeht auch ist es nicht verwunderlich wenn keiner der oben genannten Italiener das hat leisten können das man von eurem erlauchten Hause hoffen darf und wenn es bei so vielen Umwälzungen in Italien so vielen kriegerischen Unternehmungen den Anschein gehabt hat als sei alle kriegerische Tugend erloschen dies dies beweist nur dass die alten Anordnungen nichts taugen und bisher niemand neue zu erdenken gewusst hat nichts bringt einem neu aufsteigenden Helden mehr Ehre als die Erfindung neuer Gesetze und neuer Anordnungen sind diese gut begründet und ist darin eine gewisse Größe so erwerben sie ihm Verehrung und Bewunderung und es fehlt in Italien nicht an Materie zu jener neuen Gestalt Kraft genug ist in den Gliedern wenn sie nur nicht in den Köpfen gefehlt hätte die Zweikämpfe und einzelnen Gefechte unter wenigen Personen beweisen wie viel Überlegenheit die Italiener in Kraft Geschicklichkeit und Verstand besitzen sobald sie aber in ganzen Heeren zusammen erscheinen so sieht man nichts mehr davon alles liegt nur an der Schwäche der Häupter denn jene die es besser wissen gehorchen nicht jedermann aber will es so gut wissen als der andere da bis jetzt noch niemand aufgestanden ist der genug Überlegenheit in Tugend und Glück gezeigt hätte dass die anderen ihm hätten weichen müssen daher kommt es denn dass seit 20 Jahren kein einziges Heer etwas ausgerichtet hat welches allein aus Italienern bestand das beweisen die Schlachten am Taro bei Alessandria Capua Genua Vaila Bologna Mestre wenn also euer erlauchtes Haus das Beispiel derer nachahmen will die ihr Vaterland befreit haben so ist es vor allen Dingen nötig worauf ja jede Unternehmung beruht eigene Mannschaft anzuwerben weil es keine treueren echteren und besseren Soldaten gibt wenn gleich jeder einzelne für sich gut ist so werden sie zusammengebracht noch besser sobald sie von ihrem eigenen Fürsten angeführt sind und sich von demselben geehrt und gut behandelt sehen es ist also nötig sich auf diese Art zu rüsten um sich mit italienischer Tapferkeit gegen die Fremden zu verteidigen und obgleich die schweizerischen und spanischen Fußvölker für furchtbar gelten so haben doch beide ihre Fehler die einem Dritten die Gelegenheit zum Widerstand und die Hoffnung geben sie zu besiegen denn die Spanier können den Angriff der Reiterei nicht aushalten und die Schweizer geben dem Fußvolk nach wenn sie auf solches stoßen das ebenso hartnäckig im Gefecht ist wie sie selbst die Erfahrung hat dieses bewiesen die Spanier können eine französische Reiterei nicht abhalten die Schweizer unterliegen spanischem Fußvolk von den letzteren haben wir noch keine vollständige Erfahrung jedoch hat sich ein Probestückchen davon in der Schlacht bei Ravenna gezeigt als die Spanier mit deutschen Truppen zusammentrafen welche dieselbe Art zu fechten haben wie die Schweizer die Spanier die Spanier drängen nämlich durch die Gewandtheit des Körpers und durch Hilfe ihrer kleinen Schilde tief auf sie ein unter ihre Pieken und waren dabei im Angriff gedeckt ohne dass die Deutschen sich gegen sie wehren konnten wäre die Reiterei nicht dazu gekommen so wären sie alle verloren gewesen da man also die Mängel jener Mannschaft zu Fuß erkannt hat so kann gegenwärtig eine neue Einrichtung derselben eingeführt werden welche der Reiterei zu widerstehen vermag und anderes Fußvolk nicht zu fürchten braucht dieses wird nicht durch die Beschaffenheit der Waffen sondern durch Stellung und Anordnung der Mannschaft bewirkt werden dieses sind die Erfindungen welche einen neuen Fürsten groß machen und seinen Ruhm begründen die gegenwärtige Gelegenheit möge also nicht vorüber gehen damit Italien endlich nach so langer Zeit seinen Erretter sehe ich vermag es nicht auszudrücken mit welcher Begierde ihn alle Länder aufnehmen würden die so viel unter den fremden Überschwemmungen gelitten haben mit welchem Durst nach Rache welch unüberwindlicher Treue welch frommer Liebe wie viel Tränen für ihn fließen würden Welche Tore würden wohl ihm verschlossen werden Welches Volk könnte es versagen ihm zu gehorchen Wie dürfte der Neid sich gegen ihn regen Welcher Italiener könnte sich weigern ihm zu folgen Einen jeden ekelt diese fremde Herrschaft an So ergreife denn euer erlauchtes Haus den Entschluss mit dem guten Mut und der Hoffnung womit gerechte Unternehmungen angefangen werden damit das Vaterland unter seinen Fahnen wieder geadelt werde und die Prophezeiung des Petrarca eintreffe Die Tugend wird gegen die wilde Wut in Waffen treten und das Gefecht bald entschieden sein Denn die alte Tapferkeit ist in der Brust der Italiener auch heute noch nicht erstorben sein ВОG Sab ä Auf Dez Eh 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 Untertitelung des ZDF, 2020